So, es ist 6 Uhr. Wir nehmen das auf, Herr Flassbeck, wir hatten das ja vorher besprochen. Es wird bei uns auf die Webseite der AG später gestellt, genau wie die anderen Grellfeste, die zuvor stattgefunden haben, mit dem Herrn Professor Huber oder mit dem Herrn Reimuth Brichter von der Telebörse letzte Woche. Und ja, ich möchte dann beginnen. Wir begrüßen heute Abend Herrn Heiner Flassbeck, seines Zeichens Chefökonom bei der Vereinten Nationen Institutionen UNTAD in Genf. Und wir freuen uns wirklich sehr, sehr stark, dass er zu uns gekommen ist, trotz seiner ganzen Terminauslastung. Ich wollte ihn bitten, mal ganz kurz ein paar Worte über sich zu sagen und sich selbst vorzustellen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass das sehr wuchtbar ist, was wir heute Abend hier machen. Ich bin gerne gekommen. Es war ja kein weiter Weg, sozusagen. Aber zu mir persönlich, ja, ich habe eben mein Leben lang Volkswirtschaft gemacht, in verschiedenen Stationen, im Stab des Sachverständigenrates in den 70er Jahren, dann im Wirtschaftsministerium, Bundeswirtschaftsministerium in den 80er Jahren. Dann war ich zwölf Jahre lang sozusagen Chefvolkswirt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Bin dann kurz mit Oskar Lafontaine, den ich von 1993 bis 1998 eben hatten habe, als volkswirtschaftlicher Berater ins Finanzministerium gegangen, für eine kurze Zeit als Staatssekretär. Und bin seit 2000 hier in Genf bei der UNCTAD, seit 2003 bin ich hier direkt für Globalisierung und Entwicklungsstrategien, heißt es offiziell. Man kann auch wiederum Chefvolkswirt dazu sagen. Also auf jeden Fall eine wichtige Position auf globaler Ebene. Insofern sind Sie als Gast hier wirklich ein absoluter Hochkaräter. Ich habe gestern Gelegenheit gehabt, mit einigen Journalisten von deutschen Medien zu sprechen, also Handelsblatt, Financial Times Deutschland. Und die sind eigentlich der progressiven Richtung in der Wirtschaftstheorie zuzuordnen. Und die haben Sie auch als einer der vier, fünf, sage ich mal, wichtigsten deutschen Ökonomen bezeichnet, die eigentlich so erkannt haben, wo die Probleme liegen. Ich möchte Ihnen jetzt Gelegenheit geben, weil wir das auch vorab so ein bisschen besprochen haben, kurz Ihre Position zur derzeitigen Krise der Währungsunion, also diese Euro-Krise, in einem kurzen Statement mal hier darzulegen, auch für die Neulinge, die bisher nicht so tief in diese Materie eingestiegen sind. Ja, gerne. Kann ich gerne tun. Nun, der Punkt ist eine Währungsunion. Man muss sich zunächst fragen, was ist eine Währungsunion? Eine Währungsunion ist, um das mal so abzuhandeln, nicht in erster Linie eine Union von Ländern, die die gleichen Staatsschulden haben wollen und auch nicht eine Union von Ländern, die, wie Frau Merkel glaubt, die gleichen Urlaubstage pro Jahr oder Monat haben wollen, sondern eine Währungsunion ist ganz fundamental eine Union von Ländern, die keine eigene Inflationsrate oder kein eigenes Inflationsziel mehr haben wollen und dafür ihre Geldpolitik aufgeben. Sich also vereinigen, ihre Geldpolitik vereinigen, das ist das, was man in der Währungsunion tut. Man vereinigt die Geldpolitik und man gibt die Ambition, eine eigenständige nationale Inflationsrate zu erfolgen, auf, sondern man einigt sich auf ein bestimmtes Inflationsziel. Und hier liegt der Knackpunkt schon der heutigen Krise. Es ist in meiner Auffassung eben nicht eine Krise der griechischen Staatsfinanzen oder ähnlicher Kleinigkeiten, sondern es ist ganz fundamental eine systemische Krise in Euroland. Ich habe die auch schon vor 15 Jahren vorhergesagt, dass die so eintreffend wird. Eine systemische Krise deswegen, weil die Inflationsraten und die Kostenniveaus der Länder fundamental auseinandergelaufen sind. Und das ist wiederum keine einseitige, einfache Folge südeuropäischen Versagens, sondern das ist eine durchaus zweiseitige Geschichte. Auf der einen Seite hat Deutschland mit seinem Lohndumping der letzten 10, 15 Jahre, das kann man durchaus so nennen, dafür gesorgt, dass in Deutschland die Inflationsrate weniger gestiegen ist als vereinbart, und vereinbart waren 2%. Alle haben sich auf sozusagen die alte deutsche Inflationsrate geeinigt von 2%. Deutschland hat deutlich weniger gemacht wegen seines politischen Drucks auf die Löhne. Die Reallöhne sind praktisch gar nicht gestiegen. Die Lohnstückkosten, die entscheidend sind für die Inflationsrate, nicht Geld ist für die Inflationsrate entscheidend, sondern die Lohnstückkosten, die sind in Deutschland sehr viel weniger gestiegen als in anderen Ländern. Damit hat Deutschland gegen den Geist, zumindest vielleicht auch den Buchstaben der Maastricht-Verträge verstoßen, denn es hat sich nicht an diese gemeinsame Inflationsvorgabe gehalten. Und auf der anderen Seite stehen die berühmten vier Länder in Südeuropa, vor allem Spanien, Portugal, Italien und Griechenland, die über das gemeinsam vereinbarte Inflationsziel hinausgegangen sind. Und daraus entwickelt sich eben in einer Währungsunion eine schreckliche Dynamik, weil selbst kleine Abweichungen, es geht also nicht um Riesendinge. In Deutschland sind die Preise etwa um 1,2% gestiegen, in Griechenland um 2,5%, in Spanien um 2,6%, 3,7%. Daraus entwickelt sich eben über zehn Jahre eine Akkumulation. Es akkumuliert sich eine Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit, die inzwischen 30, 35% beträgt zwischen Südeuropa und Deutschland. Aber auch selbst Frankreich, das im Grunde alles richtig gemacht hat, hat es sich vollständig an, dass Inflationsziel gehalten hat, es nur 100% eingehalten hat, hat gegenüber Deutschland wegen des deutschen Unterbietungswettbewerbs massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren und fällt deswegen im internationalen Vergleich zurück. Deutschland gewinnt Marktanteile, die anderen Länder verlieren Marktanteile. Deutschland macht riesige Überschüsse im Außenhandel, die anderen machen Defizite, müssen sich also verschulden, um die deutschen Importe zu kaufen sozusagen. Und das ist auf Dauer untragbar und ist sozusagen in das Bild, in das Licht der Öffentlichkeit getreten, in der Finanzkrise, weil in der Finanzkrise alle Menschen, die irgendwelche Assets, also Vermögenswerte halten, diese überprüfen. Und viele haben dann eben festgestellt, oh, da hat sich ja etwas angesammelt in Europa. Das ist ein gewaltiges Problem. Und dieses Problem kann dazu führen, dass Staatstitel ausfallen oder nicht vollständig zurückgezahlt werden. Und daraus ergab sich dann diese extreme Spreizung der Zinsdifferenz, die also nicht in erster Linie eine Risikoprämie sozusagen für falsches Staatsverhalten war, denn dann hätte Spanien keine höheren Zinsen als Deutschland haben dürfen, sondern niedrigere, sondern insgesamt sozusagen eine Angstprämie oder eine Risikoprämie dafür, dass die Gefahr besteht, dass diese Länder, wenn sich nicht fundamental etwas ändert, eines Tages aus dem Euro ausscheiden müssen und dann ihre Staatsanleihen nicht in Euro zurückbezahlen, sondern in 9 Lira oder 9 Pesos, ob der immer man es nennt. Also das ist für mich der zentrale Zusammenhang, der ja auch in der angelsächsischen Welt ist, der inzwischen fast selbstverständlich. Man kann jetzt noch über Details diskutieren, wie das im Einzelnen passiert ist und wer wo genau was gemacht hat. Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist dieser Zusammenhang, dass dieses Auseinanderlaufen gab. Und daraus folgt zum einen, dass es keine einfache Schuldzuweisung geben kann. Also die Griechen sind schuld. Das ist einfach Quatsch. Oder auch die Südeuropäer sind schuld, sondern Deutschland hat mindestens so viel falsch gemacht wie Südeuropa. Und das muss korrigiert werden. Das ist in einem langen Prozess über zehn Jahre entstanden und kann auch nur wieder in dieser Größenordnung korrigiert werden. Ich habe dazu Vorschläge gemacht. Die Löhne müssten in Deutschland stärker steigen, hat ja seit einer Woche auch Herr Schäuble verstanden. Und die Inflationsrate in Deutschland muss ein bisschen höher sein, damit wir nicht insgesamt in eine Deflation gehen. Das hat jetzt sogar die Bundesbank verstanden, was ja wirklich ein Wunder ist. Und insofern haben wir also eine sehr vertragte Situation, weil es sehr schwierig ist, das natürlich politisch zu bewerkstelligen, das hinzukriegen, dass man in einem Zehn-Jahres-Pfad die Löhne jetzt in Deutschland stärker steigen als in anderen Ländern. In anderen Ländern die Löhne zwar nicht fallen, aber doch ein bisschen weniger steigen als vorher, sodass es da über zehn, 15 Jahre einen Ausgleich gibt. Das ist eine politische Großtat, aber die muss man sich wenigstens vornehmen. Und das Problem ist nur, dass Deutschland bisher sich vollständig dieser Diagnose verweigert hat. Und zwar quer durch fast alle Parteien. Die Linke muss sich da ausnehmen, weil die das nicht getan hat. Aber alle anderen Parteien haben sich eingeschossen auf die Griechen oder auf die Staatsdefizite, was einfach systematisch vollkommen falsch ist. Und deswegen muss man diese ganze Diskussion vom Kopf auf die Füße stellen und dafür sorgen, dass das ernsthaft diskutiert wird. Ich will noch zwei Sachen sagen. Die üblichen Gegenargumente, die dann immer kommen, ist einerseits, ja, aber Deutschland musste sich ja mit den Chinesen auseinandersetzen, die die Weltwirtschaft bedrohen und die deutschen Exportmärkte bedrohen. Und deswegen musste das Lohndumping betreiben. Das kann man so sagen, aber es ist leider kein sehr gutes Argument, weil dann hätte man es den anderen sagen sollen. Dann hätte man, als wenn man die Währungsunion begonnen hat, hätte man ja sagen können, zwei Prozent Inflation ist viel zu viel. Wir müssen weniger machen, weil die Chinesen uns bedrohen. Und dann hätten die anderen sich darauf einstellen können. Das hat Deutschland aber nicht getan. Das zweite, noch wichtigere Argument ist, gegenüber den Chinesen und allen anderen Ländern dieser Welt haben wir Wechselkurse, die geändert werden können. Und es ist vollkommen sinnlos, wenn Europa versuchen würde, in einem Wettkampf der Nationen mit anderen Ländern einzutreten oder auch Deutschland mit anderen Ländern einzutreten. Das Einzige, was passieren würde, ist, dass früher oder später diese Länder ihre Währungen abwerten. Es gibt eben keinen erfolgreichen Wettkampf der Nationen im Gegensatz zu dem, was man in Deutschland so üblicherweise glaubt. Ich will jetzt mal an der Stelle stoppen und warte auf Ihre Fragen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Flassbeck, für diese einleitende Position, die Sie dargelegt haben. Ich würde jetzt noch zwei kleine Kommentare dazu versuchen. Einmal war in den letzten Tagen ein schöner Bericht von Wilfried Herth, den Sie bestimmt auch kennen, ein alter Wirtschaftsjournalist von der Zeit, der im Cicero geschrieben hat, wie aus der Finanz eine Schuldenkrise gemacht wurde, als eine der größten PR-Coups, die die Finanzindustrie jemals hingelegt hat im Laufe der Geschichte. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen der Finanzkrise auf der einen Seite und dieser europäischen Krise? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber um das noch ein bisschen deutlicher herauszuarbeiten. Naja, vielen Dank. Für die Finanzkrise brauche ich jetzt noch mal zehn Minuten, die ich mir jetzt aber sparen will, weil es in der Tat ein weitgehend anderes Problem ist. Die Finanzkrise an sich ist eine systemische Krise der Finanzmärkte, die auch extrem wichtig ist, die man auch angehen muss politisch, wo bisher auch nicht viel passiert ist, die darauf beruht, dass diese Märkte in erster Linie ihr Herdenverhalten zeigen, dass die Märkte immer in die gleiche Richtung laufen und so lange in die falsche Richtung laufen, bis sie alle über die Klippe fallen. Das ist ein ganz normales Verhalten, was wir in diesen Märkten haben. Wir haben das hier in Ungtatt nachgewiesen. An den Rohstoffmärkten gibt es das sehr stark inzwischen. Es gibt es natürlich immer an den Aktienmärkten und es gibt es an Währungsmärkten. Und es gab das eben in extremem Maße in den USA an diesen Hauspapiermärkten, an den Hypothekenpapiermärkten, an den Derivaten dieser Hypothekenpapiere. Und das ist ein eigenständiges Problem. Die Finanzkrise, der Ausbruch der Finanzkrise, ich sagte schon, hat die Euro-Krise sozusagen ausgelöst. Die wäre aber früher oder später sowieso gekommen, weil die eine ganz andere Ursache hat, wie ich versucht habe darzulegen. Und die Finanzkrise hat nur die Euro-Krise ausgelöst, weil man, wie gesagt, kritisch alle seine Vermögenswerte betrachtet und dann viele Anleger eben international vor allem gesehen haben, oh ja, guck mal, es kann ja nicht sein, dass in Griechenland mit den Makrodaten, die Griechenland damals aufwies, hohe Staatsdefizite, aber auch extrem hohe Leistungspflanzdefizite oder Spanien, keine Staatsdefizite, aber extrem hohe Leistungspflanzdefizite, dass diese Länder genauso bewertet werden wie Deutschland, sondern da muss etwas fundamental im Argen liegen und darauf haben dann die Märkte reagiert und daraufhin sind die Zinsen dann auseinandergelaufen. Das hätte man frühzeitig mit einer überlegten Strategie stoppen können, dann hätte auch die EZB sofort eingreifen können, kann sie immer noch. Früh wäre es sehr viel effektiver gewesen, aber leider haben die meisten auch in Europa, wie ich überhaupt nicht verstanden, was eine Währungsunion bedeutet, was die innere Logik einer Währungsunion ist. Damit ist ja eigentlich das entscheidende Signal gewesen, als die nationalen Regierungen in Europa auf die Finanzkrise so geantwortet haben, indem sie jeweils national ihren Bankensektor angefangen haben zu retten. Das war doch eigentlich der Urkeim dafür, dass die Außenwelt sehen konnte, aha, die Währungsunion sind immer noch praktisch eine Vielzahl von Nationalstaaten. Das ist sicher richtig. Die Bankenrettung verlief weitgehend national, aber selbst diese Anwendung von Nationalstaaten wäre nicht das Problem an sich. Man muss für eine Währungsunion jetzt nicht einen großen, super europäischen Staat haben, aber was die Marktteilnehmer eben gemerkt haben, dass der entscheidende Punkt, nämlich dass man Inflationsrate und Konvergenz auf Dauer hat und nicht nur im Jahr 97, wie das im Maastricht-Vertrag stand, dass das nicht gegeben ist, das war natürlich der Anlass für eine massive Spekulation gegen die Währung, äh, nicht gegen die Währung, weil Währung gibt es ja nicht mehr, aber die Staatsanleihen sozusagen als Ersatz für Währung der Länder, die extrem hohe Außenhandels- und Leistungsdifizite hatten. Kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, die EZB hätte dann gleich intervenieren können, wenn man sozusagen die Analyse richtig getroffen hätte. Was hätte die EZB machen sollen? Naja, mit einer richtigen Analyse der Politiker, natürlich der Politik im weitesten Sinne, hätte man die EZB beauftragen können für eine Übergangszeit, die sich eben bemisst nach der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Länder. Da hätte man eine Strategie entwickeln müssen, sagen wir, fünf bis zehn Jahre wird es dauern, die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen und damit wieder normale Verhältnisse in Europa zu schaffen. Für diese Zwischenzeit hätte man die EZB beauftragen oder bitten, sie ist ja unabhängig, bitten können, überreden können, wie auch immer, massiv an den Märkten und direkt an den Märkten zu intervenieren. Das bedeutet allerdings, man hätte den Maastricht-Vertrag ändern müssen, an den Märkten zu intervenieren, um die Zinsen einfach auf dem gleichen Niveau zu halten. Das Auseinanderlaufen ist in der Tat eine völlig unhaltbare Situation. Da man das nicht gemacht hat, am Anfang schafft man sozusagen auch politisch, aber auch wirtschaftlich den Eindruck, ja, es gäbe absolut objektive Gründe für dieses massive Auseinanderlaufen. Die gibt es nicht, wie in all diesen Fällen, wo Finanzmärkte Preise bestimmen. Es ist Spekulation dahinter, es sind auch Fehleinschätzungen der Märkte dahinter. Die Märkte sind überhaupt nicht klüger als die Politik oder als, sagen wir, informierte Menschen. Und man hat aber den Eindruck entstehen lassen, es gäbe sozusagen objektive Gründe für diese extreme Divergenz, die wir jetzt in Europa haben. Hat denn aber die Politik überhaupt aufgrund der Stärkeverhältnisse zwischen dem Markt und der Politik im Augenblick eine einfache Position, dieses Problem lösen zu können? Die Politik als solche nicht, aber mit der Notenbank zusammen ist sie immer stark genug, das zu lösen. Das ist gar keine Frage. Man könnte jetzt diese Zinsen zusammenführen, auch über Eurobonds oder wie gesagt über direkte Interventionen der EZB. Man hat ja gesehen, die EZB hat ja jetzt seit Dezember extrem interveniert, aber nur auf einem schrecklichen Umweg, nämlich über die Banken, weil sie direkt eben keine Staatsanleihen kaufen darf, wodurch der Effekt extrem begrenzt war und man sozusagen nur eine Bankenmast betrieben hat, weil man ihnen risikoglose Gewinne in extremen Maße noch mehr als sonst üblich verschafft hat und insofern hat die Politik im Verein mit der Notenbank immer die Möglichkeit gegen die Märkte anzugehen und man muss nur eine überzeugende Strategie haben, auch Eurobonds oder die EZB-Intervention hilft nichts, wenn man nicht gleichzeitig eine überzeugende Strategie hat, wie man das Problem löst. Wenn man eine Brücke baut und alles Eurobonds oder EZB-Intervention ist nur eine Brücke, dann muss man wissen, wo am Ende die Brücke anlegen soll, die kann nicht ins Nichts gehen und deswegen muss man die Ursache des Problems angehen, wenn man sich aber weigert, darüber die Ursache anzugehen oder darüber überhaupt zu reden, wie das bis vor einer Woche in Deutschland war, dann hat man natürlich keine Chance, eine vernünftige Brücke zu bauen. Herr Flassbeck, ich hatte letzte Zeit nochmal ein Gespräch mit Professor Brodbeck, emeritierter Professor an der Uni Würzburg. Ich habe ihn interviewen dürfen und er hat von auf der weltweiten Ebene und es ist interessant, weil Sie, die vertreten ja mit Ihrer Organisation, gesagt, dass wir uns mitten in einem Währungskrieg befinden durch die Maßnahmen, die in den OECD-Staaten hauptsächlich gemacht worden sind, also dieses Ausweiten der Geldmengen und so weiter, was ja Rückwirkungen auf die Schwellenländer und auf die aufsteigenden Länder hat. Ist Europa einfach das schwächste Glied in diesem Moment gewesen, als dieser Währungskrieg losgegangen ist und deswegen so ins Zentrum der Krise geraten? Nein, Europa wäre ohne dieses innere systemische Problem überhaupt nicht schwach gewesen. Was wir erleben, ist in der Tat, der brasilianische Finanzminister hat es einen Währungskrieg genannt, weil wir extreme Spekulationen mit Währungen haben, Carry Trade, das wird es üblicherweise genannt und diese Carry Trades in der Tat schaffen ungeheure Probleme für etwa Länder wie Brasilien oder auch andere, weil sie dazu führen, dass die Währungen und auch darin sieht man wieder, dass Märkte in keiner Weise objektiv sind, weil sie Währungen einfach über Jahre in die falsche Richtung, also nicht nur überschießend sozusagen in die richtige Richtung gehen, aber zu weit, sie treiben Währungen in die falsche Richtung. Der brasilianische Real wird aufgewertet, obwohl die brasilianische Inflation höher ist als im Rest der Welt. Warum? Weil die Zinsen auch in Brasilien höher sind, also wird Geld von Japan nach Brasilien geschafft und dadurch wird der brasilianische Real aufgewertet völlig gegen die Fundamentaldaten, also ein vollkommen absurdes Ergebnis. Alle guten Marktanhänger müssten auf die Barrikaden gehen und sagen, das ist schrecklich, wenn der Markt so etwas hervorbringt, aber dann schweigen sie ja lieber und schließen die Augen und halten sich die Ohren zu, dass sie das nicht kriegen. Insofern, diese Ignoranz kann ich vielleicht nachher noch mehr erzählen, aber das ist in der Tat ein großes Problem, aber das wäre nicht das große Problem für Europa gewesen, weil eine funktionierende Währungsunion ohne diese extremen Leistungsstandsungleichgewichte, die inneren Ungleichgewichte, von denen jeder weiß, dass die praktisch nicht mehr oder nur in einem politischen Gewaltakt zu beheben sind, wäre, glaube ich, sehr gut durch die Krise gekommen, abgesehen von den Bankenproblemen, die in Europa fast so groß waren wie in den USA. Vielen Dank, Herr Flassberg. Ich möchte ganz kurz mal eine Frage erlauben für Nikola Hähnlein im Saalmikrofon. Ja, und zwar habe ich eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht mit den Zinsen, was Sie angesprochen haben mit Brasilien. Also, so wie ich das verstehe in der Geldpolitik ist ja der Gedanke, dass die Brasilianer durchaus bewusst die Zinsen hochgehalten haben in der Hoffnung, sozusagen, das ist der Reflex, den man macht, wenn Inflation kommt und dann dadurch eben internationale Geldströme angezogen wurden, weil natürlich nicht nur die Kreditzinsen hochgehen, sondern auch die Guthabenzinsen. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, diese Koppelung zu entfernen? Also, dass man sozusagen über hohe Kreditzinsen die Geldschöpfung bremst, die Kreditvergabe bremst und gleichzeitig aber nicht dieses Ansteigen der Guthabenzinsen gleichzeitig hat, durch das dann diese Kapitalströme angeregt werden? Ja, vielen Dank. Das sind zwei relativ komplexe Fragen, für die ich jetzt etwa eine Viertelstunde brauche. Ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu machen. Also, die erste Frage, ob man über Geldpolitik die Inflation bekämpfen muss und nur mit der Geldpolitik, ob es andere Möglichkeiten gibt, das ist in der Tat eine extrem wichtige Frage in meinen Augen, für die nationale Wirtschaftspolitik vielleicht die wichtigste. Ich bin der Meinung, das Assignment, sagt man in Englisch, diese Rollenverteilung der Wirtschaftspolitik, wo die Geldpolitik nur auf Inflation startet und sonst keine Ziele hat, also nicht das Beschäftigungsziel hat, wie zum Beispiel in den USA, das ist sehr gefährlich und fundamental falsch, weil ich sagte schon in meinem Eingangsstatement, glaube ich, die entscheidende Determinante für Inflation, das kann man sehr gut nachweisen, empirisch, ist nicht die Geldmenge, sondern, Geldmenge gibt es sowieso nicht, können wir vielleicht nachher noch diskutieren, aber nicht irgendeine Geldmengengröße, sondern sind die Lohnstückkosten in praktisch allen entwickelten Volkswirtschaften dieser Welt. Und deswegen, wenn die Geldpolitik versucht, die Inflation niedrig zu halten, ist das sozusagen immer durch die Brust ins Auge und verursacht immer riesige Kosten, weil man erst sozusagen die Arbeitslosigkeit erhöhen muss, die Gewerkschaften niederknüppeln muss, damit man die Inflationen runterkriegt. Also das ist eine sehr fragwürdige Rollenverteilung der Wirtschaftspolitik. Aber das ist nur die eine Frage. Die andere Frage ist die internationale Frage. Da glaube ich schon, aufgrund institutioneller Unterschiede am Arbeitsmarkt und wo auch immer, wird es immer Unterschiede in Inflationsraten geben. Es ist wahrscheinlich eine Illusion, wir sehen es ja, es hat nicht mal in Europa funktioniert, zu glauben, dass viele Länder dieser Welt sich auf eine Inflationsrate einigen könnten und dann die auch noch einhalten würden. Und deswegen haben wir bei UNCTAT hier einen Vorschlag gemacht in unserem Trade and Development Report 2011. Der kommt immer im September raus, kann man auch downloaden. In diesem Report haben wir einen Vorschlag gemacht, wie man ein globales Währungssystem konstruieren kann, wo die Länder durchaus Inflationsdifferenzen und Zinsdifferenzen haben können, ohne dass man massive Anreize für diese Carry-Trade setzt. Dann müssen eben die nominalen Wechselkurse, also die Wechselkurse müssen von den Notenbanken oder den Regierungen so gesteuert werden, dass sie tatsächlich den Fundamentaldaten folgen und das heißt in erster Linie den Inflationsdifferenzen oder den Zinsdifferenzen, das kann man sich dann aussuchen, folgen. Und dann wäre der Anreiz für diese Carry-Trade, diese Spekulationen vollkommen weg und gleichzeitig könnten die Länder eine abwegs vernünftige, ihren nationalen Erforderungs- und entsprechende Geldpolitik betreiben. Wieder vielen Dank, Herr Flassbeck. Jetzt eine Frage noch von Frank Uhmann und dann wollte ich in die normale Ablauf der Top-Liste gehen. Ja, ich wollte mal fragen, was Griechenland betrifft, in welchen Branchen wir mit Griechenland im großen Stil konkurrieren, dass unterschiedliche Lohnstückkosten jetzt den Griechen helfen würden, das Handelsungleichgewicht mit uns auszugleichen und damit verbunden auch irgendwie die Frage angesichts der Tarifautonomie, wie das konkret jetzt von der Politik aus gesteuert werden könnte, also wenn das helfen soll, wie dann die Löhne hier steigen würden, denn ich weiß nicht, ob die Griechen Tarifautonomie haben, bei uns gibt es die ja zumindest noch oder sind sie für Tarifautonomie, könnte ich dann auch bei der Gelegenheit fragen. Naja, in Griechenland schafft man gerade die Tarifautonomie per Druck von außen ab, man hat die Länder gezwungen, ihre Löhne zu senken auf eine brutale Art und Weise, die weit, weit übers Ziel hinaus schießt. Das ist aber nur am Rande, ich bin schon für Tarifautonomie, aber wie hat man es in Deutschland gemacht, man hat es in Deutschland ja auch auf dem Wege gemacht, dass man, also wie hat man die Löhne runtergebracht, natürlich durch extremen politischen Druck, es gab von Anfang an, schon in der Kohl-Regierung gab es massiven Druck, die Löhne nicht mehr zu erhöhen, man hat sich sogar in einem Bündnis für Arbeit 1999 mit den Gewerkschaften darauf geeinigt, jetzt in Deutschland die Löhne nicht mehr zu erhöhen, um Platz für Beschäftigung zu schaffen, was dann aber nicht gelungen ist und dann hat natürlich auch die rot-grüne Regierung massiv Druck auf die Gewerkschaften ausgeübt mit der Hartz-IV und Agenda-Gesetzgebung und allem, was damit zusammenhängt, also sofern Druck kann man schon ausüben, man kann natürlich dann auch mal an der, sozusagen umgekehrten Druck ausüben und man sieht ja, Schäuble hat schon damit angefangen, wenn man die Gewerkschaften ermutigt und auch im öffentlichen Dienst vernünftige Abschlüsse macht oder auch Mindestlöhne einführt und die vernünftig erhöht, das ist so üblicherweise international das beliebteste Mittel, um Signale an die Tarifpartner zu senden, dann kann man schon per Politik einiges erreichen. Zu Ihrer ersten Frage, ja, die Exportstruktur, man darf sich immer nicht mit so bilateralen Strukturen aufhalten, also bilateral ist eigentlich immer gefährlich, weil es kommt nicht darauf an, ob Griechenland direkt jetzt etwas nach Deutschland liefert, wenn Griechenland seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert und mehr nach Italien liefert, Italien liefert mehr nach Deutschland, dann hat das genau den gleichen Effekt, also man darf sich da jetzt nicht verrückt machen über bilaterale Strukturen, ich weiß es auch gar nicht ganz genau, die Erfahrung aller Länder dieser Welt und wir haben das sehr intensiv untersucht, aller Entwicklungsländer auch, wo auch viele immer gesagt haben, nein, da gibt es überhaupt keine Elastität der Exporte und der Importe für Wechselkursänderungen, zeigt, dass das falsch ist, es gibt immer eine hohe Elastität und wenn es sie nicht auf der Exportseite gibt, dann gibt es auf der Importseite, wer eben, wenn es so wäre, was nicht so ist, aber wenn es so wäre, dass Griechenland oder andere Länder keine Produkte haben, die sie verkaufen können nach Deutschland, dann darf Deutschland seine Produkte auch nicht dort verkaufen oder es muss sie verschenken. Das ist eine einfache Logik. Man muss sich immer nach seinen Verhältnissen richten und wenn man dauernd über seinen Verhältnissen lebt, kommt man in diese Bredouille und wenn ein anderes Land wie Deutschland dauernd unter seinen Verhältnissen lebt, dringt es anderen die Bredouille. Also man muss sich an seine Verhältnisse anpassen und dann ist die Frage der Exportstruktur nicht unbedeutend, aber eher zweitrangig. Herr Flassbeck, diese Frage, was Sie einer politischen Partei in Deutschland raten würden hinsichtlich dieser ganzen Probleme, die möchte ich mal jetzt verschieben auf das Ende unserer Diskussion, auch in dem Zusammenhang, weil Sie vorhin gesagt haben, was Sie über den Aufstieg der Piratenpartei denken, wollen Sie am Ende der Sitzung erst beantworten. Ich würde jetzt gerne das Wort an Arne geben, der jetzt die nächsten Fragen unter dem Top 2 an Sie stellen sollte. Ja, die erste Frage, ich möchte gerne ein Zwischenergebnis gesichert. Ich habe Sie richtig verstanden, Sie sind auch generell gegen eine indirekte Staatsfinanzierung durch die Banken, sondern eine direkte, damit die Zinsen, die bezahlt werden, wieder als Gewinne an die Staat zurückgeführt werden. Genau, das ist absolut richtig so. Ich habe das schon lange vertreten. Es ist jetzt noch dringender geworden nach dieser EZB-Aktion mit diesem LTRO heißt das, glaube ich, denn das sind völlig funktionslose Gewinne, die die Banken machen. Man kann sagen, die Banken müssen sowieso gerettet werden, aber dann sind das immer noch sinnlose Gewinne, weil es sind Gewinne auch noch an der falschen Stelle, die die Banken machen. Die müssen ja ihre Geschäfte wieder in Ordnung bringen und nicht Geschenke vom Staat bekommen. Mich wundert, dass die großen Subventionsgegner in der FDP und sonst wo, dass die nicht auf die Barrikaden gehen. Die müssten jeden Tag demonstrieren gegen diese extreme Subventionierung. Nein, die EZB sollte Staatspapiere direkt kaufen, wenn sie das für notwendig halten, wenn das die alle für notwendig halten und dann würde der Gewinn an den Staat zurück überwiesen. Okay, Dankeschön. Ich komme zur nächsten Frage. Die ersten beiden Fragen hatten Sie schon beantwortet. Ich komme deshalb zugleich zur dritten. Und zwar Sparen ist auch hier in der AG-Geldordnung ein höchstumstrittenes Thema. In Wikipedia wird Ihnen folgende Position nachgesagt. Sparen bei dem einen Wirtschaftsobjekt führt nämlich in der Gegenwart zu einem Einkommensausfall bei einem anderen Wirtschaftsobjekt. In der Gegenwart bleibt also irgendjemand in der Volkswirtschaft auf seinem Angebot sitzen. Werden Sie hier richtig zitiert? Weil ich hätte dann hier so einen Einwand. Ja, das stimmt im Prinzip. Ist das schon in Ordnung? Ich habe das auch lange Zeit nicht mehr angeguckt, aber es stimmt ungefähr, ja. Mein Einwand wäre dann, die Vorstellung, dass die Einnahmen am Ende dorthin fließen, wo aufgrund der Ausgaben eine Finanzierungslücke entstanden ist, entspricht meines Erachtens nicht der Realität. Richtig in der Tendenz ist meines Erachtens, dass derjenige auf sein Angebot an Waren und Dienstleistung sitzen bleibt, der in Preis-Leistungs-Verhältnis hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Der Ausgleich zu einem bestimmten Zeitpunkt führt über die Verschuldung zwischen den Wirtschaftsobjekten. Entlang der Zeitachse könnten dann einzelne Wirtschaftsobjekte jetzt sparen und später konsumieren. Und ich denke, gerade hierin liegt eine wichtige Funktion des Geldes. Und dann zum Schluss noch der Satz, wenn ein Wirtschaftsobjekt seine Leistungsbilanzdefizit nicht in Ordnung bekommt, dann für diese Situation früher oder später zur Insolvenz. Das scheint mir auch der Tenor Ihrer ganzen Aussagen in verschiedener Hinsicht zu sein. Ja, um mal einen Satz in der Mitte Ihrer Aussage zu bestätigen. Ich habe ja gesagt, auch in Europa Leistungslanddefizite und Überschüsse sind in erster Linie Ausdruck falsche Preis-Leistungs- Verhältnisse, wenn Sie so wollen. Aber jedenfalls von auseinanderlaufenden Preis-Leistungs-Verhältnissen in Europa kann man deswegen falsch und richtig sagen, weil es eben ein gemeinsames Ziel dafür gab und die einen und die anderen dagegen verstoßen haben. Aber ansonsten ist das vollkommen richtig. Die Geschichte mit dem Sparen ist, ich warne Sie jetzt mal ein bisschen, sehr kompliziert. Oder man braucht eine gewisse Zeit, um es wirklich im Detail zu erklären. Wir machen immer den Fehler oder man tendiert dazu den Fehler. Das ist allgemein auch unter Volkswörtern so üblich. Man tendiert dazu, den Fehler zu machen, auf die Salden sozusagen zu gucken, die man in der Statistik sieht und diese Salden dann sozusagen schon als ein aktives Tun zu interpretieren. Also wenn ein Land einen Leistungsüberschuss hat, sagt man, das Land spart. Oder wenn der Staat ein Defizit hat, sagt man, der lebt über seine Verhältnisse. Nur weder Länder noch Staaten agieren. Diese Salden sind Ergebnis extrem komplexer Prozesse, die in erster Linie über Preise gesteuert werden oder über Zinsen oder über Wechselkurse. Aber es sind extrem komplexe Prozesse. Und wir sehen das Ergebnis dieser Prozesse am Ende dann in einem Saldo. Aber dieser Saldo zum Beispiel, den Sie sehen, wenn die privaten Haushalte sparen, also wenn Sie eine Sparquote der privaten Haushalte feststellen, dann ist das eigentlich gar kein Sparen, sondern ist das schon sozusagen das Ergebnis eines Produktionsprozesses, was die Haushalte ausbezahlt bekommen, was sie dann sagen wir in Aktien oder in Staatsanleihen oder sonst auf dem Sparbuch halten. Aber das ist eigentlich nicht der Anfang des Prozesses, sondern das Ende des Prozesses. Aber das ist, wie gesagt, eine große theoretische Auseinandersetzung bei den Ökonomen. Ich bin der Meinung, ja, das kann man Schumpeter-janisch oder auch Keynesianisch nennen, dass Investitionen am Anfang des Prozesses stehen. Es gibt also Geld. Es gibt aus dem Nichts geschaffenes Geld und dieses Geld wird benutzt für Investitionen. Diese Investitionen führen zur Produktion, die Produktion führt zu Einkommen. Diese Einkommen werden zum Teil ausgegeben und ein Teil bleibt über. Das ist dann Sparen. Aber das Sparen war in diesem ganzen Prozess überhaupt nicht aktiv, sondern ist das Ergebnis, das Residuum des Prozesses. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein mit der Interpretation von solchen Salden. Aber dazu bräuchte man, wie gesagt, jetzt ein, zwei Stunden, um das im Detail zu erklären. Ich möchte dann gleich daran anschließen. Und zwar, Sie hatten ja die Staatsschulden jetzt etwa angesprochen. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach die Staatsquote bei der Beurteilung der Staatsschuldenkrise. Und zwar mein Einwand wäre, hätte in den letzten zehn Jahren Griechenland eine Staatsquote wie Deutschland gehabt, dann hätte rein rechenrisch Griechenland nur halb so viele Schulden. Wenn die Staatsquote auf dem Niveau von Schweden gewesen wäre, dann hätte Griechenland keine Schulden. Was ich damit sagen möchte, ist, dass insbesondere die zehn Prozent reichsten in Griechenland haben nicht ihren adäquaten Beitrag geleistet zur Finanzierung des Staates. Und das wirklich nicht nur, was ich genauso sehe wie Sie mit den Preisdifferenzen. Aber ich sehe auch, dass egal wie es ist, der Staat muss auch finanziert werden und zwar auch von den richtigen Leuten. Nein, das ist absolut richtig. Da stimme ich vollkommen zu. Natürlich muss der Staat sich finanzieren. Nur man darf dennoch nicht die Frage der Staatsschuld völlig losgelöst sehen von, sagen wir, von den gesamten Finanzierungsströmen oder Salden, die wir in der Volkswirtschaft haben. Ich mache jetzt mal den gleichen Fehler, den ich vorhin beklagt habe, indem ich eine Ex-Post-Betrachtung anstelle. Aber wie gesagt, nur aus didaktischen Gründen. Für Deutschland zum Beispiel stellen wir fest, dass Ex-Post, also im Nachhinein gesehen, die privaten Haushalte sparen, der Staat keine Schulden machen soll und auch die Unternehmen sparen. Aufgrund welcher Prozesse das immer zustande kommt, will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Das ist das Ergebnis des Prozesses. Und dieses Ergebnis des Prozesses bedeutet einfach zwingend, dass wer sich verschulden muss, es muss das Ausland sich verschulden, weil irgendwo die deutschen Ersparnisse bleiben ja nicht bei der Bank liegen, sondern sie müssen irgendwo hin, sonst verschwinden sie, sonst werden sie einfach vernichtet, wenn sie nicht irgendwo angelegt werden. Wenn nicht irgendjemand die Ersparnisse sozusagen der privaten Haushalt aufnimmt und anlegt und daraus Investitionen macht, dann gehen die unter, dann verschwindet dieses Einkommen, was in den Ersparnissen drin gesteckt hat. Also insofern darf man auch die Staatsdefizit jetzt nicht losgelöst betrachten von anderen Salden. Das ist ein Fehler in der gesamten Staatsschuldendiskussion, dass man das immer so tut, als könne man jetzt den Staat auf Null fahren und dann sei alles in Ordnung. Nein, in Deutschland bedeutet das, wenn man den Staat auf Null fährt, dass man die Unternehmen systematisch in die Defizitposition bringen muss. Dann muss man massiv etwas ändern, zum Beispiel an der Besteuerung der deutschen Unternehmen oder auch in den Löhnen, an der Lohnhöhe, damit die deutschen Unternehmen in eine Defizitposition kommen und aus dieser Defizitposition heraus trotzdem investieren, sogar mehr investieren als heute. Sonst ist das deutsche wirtschaftspolitische Konzept völlig hinfällig. Also da muss man sehr vorsichtig sein, einfach zu sagen, die Staatsquote wäre anders und dann wären die Staatsschulden weg, ist sehr teteris paribus. Also wenn sich sonst auf der Welt nichts ändert, aber es ändert sich leider immer was auf der Welt. Okay, dann besten Dank. Matthias, ich würde wieder an dich übergeben jetzt. Ja, vielen Dank, Arne. Ja, gerne. Sie haben ja gerade angeführt, dass sozusagen irgendeiner muss sich verschulden. Es gibt jetzt den Vorschlag, dass man sozusagen eine Basisgeldmenge zur Verfügung stellt, sei es über den Staat, die von der EZB rausgegeben wird, ohne einen Zins darauf zu verlangen. Was halten Sie von dem Vorschlag? Ja, nicht viel. Ich will das mal erklären. Das klingt ja sehr gut und es klingt so, als könnte man jetzt die Banken sich ersparen quasi. Man könnte das natürlich dann alles über Filialen der Europäischen Zentralbank machen. Aber das Problem bei all diesen Vollgeldvorschlägen ist, dass man die Elastität, die das System braucht, die eine Marktwirtschaft braucht, vollkommen wegnimmt. Das ist sozusagen Supermonetarismus, was man da macht. Monetarismus war ja die Vorstellung, man steuert eine bestimmte Geldmenge und über diese Geldmenge kann man dann die Preise sehr gut beeinflussen. Und das führt dazu, dass man die Inflation aus dem System herausbringt. Nun haben wir Gott sei Dank den Monetarismus ziemlich überwunden weltweit und sind wieder zurück zu vernünftigen geldpolitischen und geldtheoretischen Vorstellungen. Und dann da hinein springt jetzt sozusagen alle die Vorschläge, die sagen, aber nein, wir müssen sozusagen jeden Euro abzählen und dann geben wir genau abgezählt eine bestimmte Menge Euro aus dem System und dann kann nichts mehr passieren. Nee, dann wird was ganz Schreckliches passieren. Dann werden nämlich die Zinden werden wie verrückt auf und nieder gehen und wir werden völlig die Stabilität der Zinden aus dem System nehmen. Denn was die Notenbanken jetzt tun, hat nichts mit Geldmengenpolitik zu tun. Das ist eben der Irrtum des Monetarismus gewesen. Denn was die Notenbanken tun, ist, sie stellen beliebig viel Geld zu einem bestimmten Zins zur Verfügung. Das ist das System, was wir jetzt haben. Die Notenbank legt den Zins fest und zu diesem Zins gibt sie beliebig viel Geld, das System so viel Geld, wie irgendjemand haben will. Und wenn man das jetzt umdreht und sagt, nein, wir begrenzen die Menge, dann muss man damit leben, dass man irre Schwankungen bei den Zinsen kriegt. Das will aber eigentlich überhaupt niemand, weil das würde jedes wirtschaftliche Handeln gut machen. Ich bin genau gegenteiliger Ansicht. Man braucht stabile Zinsen, man braucht niedrige und stabile Zinsen. Insofern ein bisschen xelianisch bin ich da vielleicht auch. Und stabile Zinsen. Und das ist eine vernünftige Aufgabe für die Notenbank. Denn die Inflation sollte man über die Löhne, über die Nominallöhne, nicht über die Reallöhne, sondern über die Nominale kontrollieren. Dann kriegt man Bedingungen, wo wirtschaftliche Dynamik sich entfalten kann, wo Leute investieren. Umgekehrt funktioniert das nicht. So, jetzt gebe ich das Wort an Hagen. Ja, danke. Ich möchte direkt nochmal an die Frage von eben anknüpfen. Und zwar geht es nicht darum, dass man die gesamte Geldmenge begrenzt nach einem Vollgeldsystem, sondern dass man nur eine gewisse Summe an Geld dem System, dem Zahlungsverkehr zins- und tilgungsfrei zur Verfügung stellt. Ich sage mal eine Summe von 500 Milliarden Euro, kann auch mehr oder weniger sein. Ob das einen Einfluss haben könnte, ja vielleicht die Schuldenlast zu reduzieren, weil wir auch davon ausgehen, dass wenn wir Geld benutzen, muss immer auch ein Kredit vorhanden sein. Und man würde sich quasi die Zinslast für eine gewisse Summe an Geld ersparen. Achso, okay, dann habe ich es missverstanden. Ja, das würde bedeuten, dass man insgesamt das Zinsniveau senkt. Welche Geldmenge das jetzt sein muss, wenn wir das so machen würden, dass die Notenbank die Staaten finanziert zum Beispiel, dann hätte man in der Tat für einen Akteur, für den Staat, das sind wir ja im Grunde alle, hätte man dann die Zinslast auf Null gefahren. Und das kann man ja durchaus für vernünftig halten. Insofern habe ich dagegen ein solches System nichts. Wie gesagt, ich bin dafür, dass die Zinsen relativ stabil und sehr niedrig sind. Also deutlich niedriger als die Wachstumsrate von Volkswirtschaften. Und auf welchem Wege man das macht, ist dann nicht so entscheidend. So, ich möchte jetzt in die Fragekatalog gehen. Genau, das ist also eine Doppelfrage 1a, 1b. Was halten Sie von Vorschlägen, die Geldschöpfung zu verstaatlichen, beziehungsweise die Geldmengensteuerung wieder vollständig in die Hand der EZB zu legen? Was halten Sie von Vorschlägen, die Staatsfinanzierung in der EU nicht mehr über den Privatbankensektor, sondern über eine unabhängige öffentlich-rechtliche Institution zu realisieren? Naja, beides habe ich so implizit jedenfalls schon beantwortet. Ich bin absolut dafür, dass man die Banken aus der Staatsfinanzierung sozusagen jedenfalls in Krisensituationen herausnimmt. Ich bin auch dafür, dass die Zentralbank dann direkt die Staaten finanzieren kann. Jedenfalls nicht für immer, aber für eine Zeit, wo es kritisch ist und wo man erhebliche Zinsdifferenzen wie jetzt in der Währungsunion hat. Zweitens bin ich dafür, dass man nochmal sehr intensiv darüber nachdenkt, welche Institutionen, das ist mir sehr wichtig, welche Institutionen wir Banken nennen und was diese Institutionen tun dürfen. Denn es ist ja prinzipiell so, dass diese Institutionen, die sich Banken nennen dürfen, ein ungeheures Privileg haben. Sie bekommen nämlich auch immer, auch zu normalen Zeiten, billiges Geld sozusagen vom Staat, von der Notenbank. Und geben es teuer an den Staat zurück. Und das ist ein unglaubliches Privileg, das diese Institutionen haben, das eigentlich nur dann gerechtfertigt ist, wenn diese Institutionen auch einen gesellschaftlichen Auftrag übernehmen. Also wenn wir Banken haben, Herr Gascher hat es vorhin schon mal angesprochen, wenn wir Banken haben, die zurückgeführt werden sozusagen auf eine reine Dienstleistungsfunktion, nämlich die Funktion als Intermediäre dafür zu sorgen, dass Liquidität aus dem System zu den Investoren, aber zu den richtigen Investoren, zu den Investoren in Sachanlagen geführt wird, dann kann man das unter Umständen rechtfertigen, dieses extreme Privileg und die Subventionen durch den Staat für die Banken. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Banken in erster Linie Zockerboden sind oder an den internationalen Kapitalmärkten spekulieren mit dem Geld, das sie da von der Zentralbank kriegen, dann ist es in der Tat durch nichts zu rechtfertigen. Also insofern, Trennung der Banken ist für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt auf der Gesamtagenda sozusagen, die man sich schaffen muss, wenn man ein konsistentes wirtschaftspolitisches Konzept erarbeiten will. Der andere Punkt, den habe ich auch schon beantwortet, die Vollgeldgeschichte. Wie gesagt, das kann in meinen Augen nicht funktionieren. Das ist super Monetarismus. Der Monetarismus hat niemals funktioniert, genau aus dem Grunde, den ich vorhin gesagt habe, weil man eben kurzfristig das System extrem flexibel halten muss und niemand kann vorhersagen, wie viel Geld morgen oder übermorgen oder in zwei Jahren gebraucht wird. Und deswegen kann man dieses Geld nicht physisch einfach begrenzen, sozusagen die Menge des Geldes begrenzen und darüber dann das System steuern. Das wird niemals funktionieren. Kann ich da kurz mal einhaken? Ich glaube, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass man sagt, der Bodensatz an Geldmenge, der sowieso über die Jahrzehnte stabil ist oder der auch dann kontinuierlich wächst, der wird im Grunde genommen der Geldschöpfungsgewinn einmalig realisiert. Während das, was für die Geldpolitik gebraucht wird, das wird nach wie vor gewissermaßen verliehen. Und von daher gesehen, denke ich, hat man die Flexibilität für die Geldpolitik, hat aber auf der anderen Seite die Finanzierung des Staates. Und man könnte ja im Falle Deutschlands damit sogar die Staatsverschuldung zurückbezahlen. Ja, das hatte ich auch vorhin schon gesagt. Da bin ich absolut dafür. Das kann man machen. Man kann sagen, eine bestimmte Menge, es wäre dann natürlicherweise der Staat wohl, dem man diese Menge zur Verfügung stellt, die ist relativ zinsfrei. Die ist zinsfrei. Und wenn im Rest dann Flexibilität herrscht und die nötige Elastität da ist, ist dagegen nichts zu sein. Nochmal den Einsatz. Wenn man das Drucken von Banknoten verbietet, wäre es dann nicht genauso konsequent, dass man sagt, das Drucken oder das Herstellen im Verkehrsbringen von Giral-Geld, dass das nur der Staat machen darf. Na ja, dann haben wir ein völlig verstaatliches Bankensystem. Das kann man auch machen. Ich habe gar nichts gegen ein völlig verstaatliches... Nicht Verstaatlichung des Bankensystems, sondern Verstaatlichung des Geldes. Aber private Banken nach wie vor haben, so wie es ist, dass man im Grunde genommen das Bankensystem so macht, wie die meisten Leute sich denken, nämlich, dass die Banken Großhändler für Geld sind. Ich glaube, da ist kein großer Unterschied jetzt zu dem, was ich vorhin sagte. Das ist völlig in Ordnung. Wenn man sagt, alles Geld, was sozusagen geschaffen wird, ist in der Hand des Staates, dann hat man in der Tat ein völlig verstaatliches Bankensystem. Denn das ist, was Banken nun mal tun. Sie schaffen Geld, was auch völlig in Ordnung ist in bestimmten Grenzen. Und die Notenbank kann über den Zins das System eigentlich sehr gut steuern. Und das ist auch gar keine große Kunst. Insofern, gut, kann man da alle möglichen Varianten überlegen. Ich halte das nicht für eine absolut zentrale Frage jetzt, wie man das im Einzelnen ausgestaltet. Wichtig ist, dass man der Notenbank die richtige Aufgabe gibt. Das heißt nicht nur Preisstabilität, sondern mehr Wachstum, sondern Beschäftigungsziel auch. Und dass man die Elastität im System inneren erhält und trotzdem von außen einen ausreichenden Zugriff hat. Danke, Herr Flassbeck. Möglicherweise wiederholen sich teilweise die Fragen oder auch Ihre Antworten. Ich gehe trotzdem einfach mal durch. Die zweite Frage schließt sich auch an 1a und b an und an dieses Thema. Angenommen, man führt nur die Staatsfinanzierung über die EZB ein. Die private Geldschöpfung für private Investitionen bleibt jedoch bestehen. Mittels welcher Möglichkeiten kann die Unabhängigkeit der EZB weiterhin garantiert werden? Naja, das ist eine nicht ganz einfache politische Frage und auch eine andere Frage als die, die wir bisher hatten. Die Unabhängigkeit der EZB oder aller Notenbanken ist relativ. Am Ende gibt es immer politische Zwänge, denen sich auch die Notenbanken beugen müssen. Wer vor drei Jahren vorher gesagt hat, dass die EZB mal für drei Jahre sozusagen beliebig viel Geld ins System gibt, um dafür zu sorgen, dass die Zinsen auf Datenleihen sinken, den hätte jeder gesagt, das ist Revolution, das ist der Untergang des Abendlandes. Also es ist passiert und insofern nichts ist untergegangen. Insofern sind Notenbanken natürlich nie so unabhängig, wie sie tun und wie sie in guten Zeiten tun können. Sie sind immer abhängig vom Staat und der Staat hat natürlich immer Einfluss darauf. Ob das sich jetzt sehr und qualitativ ändern würde, wenn die Notenbanken sozusagen den Staat direkt finanzieren, würde ich bezweifeln. Warum? Weil der Staat ja dann immer noch sozusagen in die geldpolitische Hochzeit der Zentralbank eingreift, sondern nur dafür sorgt, dass er selbst das Privileg nutzt, dass wir jetzt den Banken geben, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass er nämlich sich sehr billig refinanzieren kann. Was wir jetzt haben, was im Maastricht-Vertrag festgelegt ist, dass nämlich die EZB nur Banken finanzieren kann und nur über Banken Staaten finanzieren kann, ist die Welt auf dem Kopf. Gut, wir kommen zur dritten Frage. Wie beurteilen Sie im Kontext der Europäischen Währungsunion das Konzept einer International Clearing Union, wie es von Keynes in seinem Bankerplan auf der Bretton Woods-Konferenz 1944 vorgeschlagen wurde? Ja, das Bankerkonzept war absolut richtig insofern, als es dafür, es hatte zwei wichtige Ingredienzen, sage ich mal. Die eine war, dass das Geld dann eben nicht mehr von einer nationalen Notenbank kommt, sondern ein Kunstgeld ist oder international geschaffenes Geld ist oder eine internationale Maßeinheit ist. Das hätte einige Konflikte der Bretton Woods-Ära, nämlich vor allem die Abhängigkeit von der amerikanischen Geldpolitik, die ganze Welt war ja praktisch beeinflusst von der amerikanischen Geldpolitik, was nicht immer schlecht war, aber am Ende doch zu Konflikten geführt hat. Das hätte man natürlich beseitigen müssen, aber man hätte es natürlich nur können mit einer internationalen Organisation, so wie wir das dann im Euro-Raum später hatten, im europäischen Währungssystem hieß dieses Kunstgeld dann EQ. Und es wurde zwar in EQ abgerechnet, man hat in den EQ die Währungen berechnet, aber auch dort hatten wir immer noch eine Leitwährungsbank, das war die Deutsche Bundesbank. Insofern war der Euro ein großer Fortschritt, als man diese nationale Leitwährungsbank ersetzt hat, durch eine wirklich multilaterale Bank. Das hätte man im Banker-Fall dann auch haben müssen. Man hätte wirklich eine multilaterale Bank für die Geldpolitik der Welt haben müssen. Das halte ich für illusionär. Und gerade heute, wir haben ja im vergangenen Jahr, wir waren von UNCTADAT vertreten, bei den G20 eine große Diskussion gehabt, über eine neue Währungsordnung angestoßen von Herrn Sarkozy. Aber das ist alles im Sande verlaufen, weil eben viele Länder überhaupt nicht darüber reden wollen. Obwohl es, ich sage es nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe, extrem notwendig wäre, wichtiger als unendlich viele andere Dinge, über die national und international diskutiert wird. Aber der zweite Punkt ist, oder der zweite gute, wichtige Punkt bei dem Keynes-Plan war, dass er gesagt hat, Defizit- und Überschussländer müssen gleichberechtigt behandelt werden. Es ist nicht klar, wer den Fehler gemacht hat. Also das Defizit-Land ist nicht immer der böse, der Schuldner ist nicht immer schuld, sondern manchmal ist auch der Kreditgeber schuld. Und das ist genau eine extrem wichtige Regel, die wir jetzt im Euro-Land, wie ich vorhin sagte, anwenden müssen. Einen erheblichen Teil an Schuld für die Krise im Eurosystem hat eben Deutschland als Gläubiger. Und die darf man nicht einfach beiseite wischen. Die ist aber beiseite gewischt worden. Und das wäre eine Frage, wo ich denke, alle Parteien, politischen Parteien in Deutschland, sich intensiv miteinander setzen müssen, müssen in diesem sogenannten Six-Pack in Brüssel, ist eine Asymmetrie festgelegt worden, der Behandlung von Überschuss- und Defizitländern. Deutschland hat dort mit Gewalt durchgesetzt, dass Überschussländer nicht sanktioniert werden, Defizitländer aber wohl. Und das ist ein unglaublicher Verstoß gegen jede Vernunft in den internationalen Beziehungen. Darf ich hier ganz kurz mal einen Einwurf machen? Auf der G20-Ebene ist Deutschland aber und China genau das vorgeworfen worden von den USA und anderen Ländern, also vor einem Jahr. Sie können sich erinnern, dass praktisch diese Defizite und Überschüsse auf zwei oder vier Prozent, glaube ich, begrenzt werden sollten. Also dieser Aspekt wird von den Amerikanern vorgebracht. Während der andere Aspekt, nämlich dass ihre Notenbank der Last Tender of Resort auf der Welt immer noch ist, das ist ja deutlich geworden an den Swap-Geschäften, die im Vorfeld der LTOs, also dieser Geldflutung durch die EZB gemacht wurde, diese Funktion übt sich ja immer noch de facto aus. Also einerseits klagen die Amerikaner gegen die Überschussländer, aber diesen Vorteil, dieses Privileg, dass sie über die Weltleitwährung verfügen selbst, das wollen sie gleichzeitig nicht aufgeben. Ja, das ist vollkommen richtig. In den G20, ich war selbst dabei, es wird Deutschland immer noch angegriffen wegen seiner Überschüsse, jetzt sogar noch mehr als vorher, weil China keinen Überschuss oder der chinesische Überschuss deutlich zurückgegangen ist. Also der chinesische Überschuss ist inzwischen von zehn auf zwei Prozent am Bruttoinlandsprodukt etwa gefallen. Das ist scheinbar ein ungeheurer Erfolg dieser Koordination, aber es ist in erster Linie Folge der Lohnsteigerung in China und damit der Preissteigerung, die höheren Preissteigerung in China. Aber Deutschland ist das einzige große Industrieland, was immer noch einen massiven Überschuss hat in der Größenordnung von fünf, sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was einfach auf Dauer auch international nicht erträglich ist, weil dort das gleiche Problem herrscht, dass Länder, die in Defizitsituationen kommen, in Finanzierungsschwierigkeiten geraten können. Und da kommt der richtige Einwand, mit Ausnahme der USA sozusagen, weil faktisch ihr Geld unabhängig von ihrer Defizitsituation als internationales Zahlungsmittel immer noch die größte, die größte, kein legales Privileg hat, sondern sozusagen ein faktisches Privileg hat, weil es einfach die größte Wirtschaft macht es und mit der weitesten internationalen Streuung sozusagen ihre Aktivitäten. Ich würde an der Stelle vielleicht mal fragen, ob es jemand ans Saalmikrofon möchte, Zwischenfragen zu stellen. Ich würde noch mal ganz abstrakt zu dem Vollgeld ein paar theoretische Fragen stellen wollen, oder ich versuche mich zu beschränken. Zum einen, wie hoch würden Sie die Geldschöpfungsgewinne einschätzen, die die Banken durch die private Geldschöpfung machen? In Klammern, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja gar kein Problem damit, dass die privaten Banken, Kreditinstitute Geld schöpfen. Und dann eine Verständnisfrage, wenn wir die Mindestreserve auf 100% setzen würden, würde das automatisch synonym sein, dass wir dann automatisch ein Vollgeldsystem hätten. Und dann als letzter Punkt, wenn die privaten Haushalte sparen, ist das Geld dann gewissermaßen dem Geldkreislauf entzogen, weil ja das gar keine Rolle spielt, ob sie sparen, weil ja die Banken das Geld einfach schöpfen können. Oder ist es vielleicht doch volkswirtschaftlich sinnvoll, dass private Haushalte sparen? Ja, gute Fragen. Wofür man wieder die ganze Zeit braucht, um sie vernünftig zu beantworten. Also fange ich mal mit dem Sparen an. Nein, das Geld ist natürlich nicht dem Kreislauf entzogen. Es liegt ja bei der Bank und die Bank verwendet es natürlich auch. Aber man muss eben sehen, im Gegensatz zu den naiven Vorstellungen von Banken, braucht die Bank nicht unbedingt diese Einlage, um Finanzierung zu machen, sondern sie hat immer sozusagen zwei Beine. Die eine ist die Einlage, das andere ist die Finanzierung über die Zentralbank. Wir sehen das gerade in Osteuropa, muss man sagen, traurigerweise, weil in Osteuropa, nicht in Osteuropa, in Südeuropa, weil es dort eine massive Kapitalflucht gegeben hat, wegen der Unsicherheit über den Euro, haben viele Leute ihr Geld nach Deutschland oder in die Schweiz oder sonst wohin geschafft. Und dort haben wir in der Tat Banken, Banken, die eigentlich keine Banken mehr sind, weil sie keine Einlagen mehr haben. Und die werden jetzt massiv von der EZB finanziert. Also die Finanzierung der Banken oder die gesamte Bereitstellung der Geldmenge oder des Geldes in Europa zieht sich über Südeuropa, über südeuropäische Banken. Und die kaufen in erster Linie Staatsanleihen damit, was dazu führt, dass wir diese extreme Asymmetrie in dem europäischen Zahlungssystem haben. Das, was Herr Sinn erwähnt hat, das Target-System. Aber das ist nur ein Ausdruck, das ist nur ein Symptom. Das Target-System ist nicht das Problem. Das Target-System ist ein Symptom dieser extremen Ungleichgewichte, die wir haben, also der Leistungsmanhangsungleichgewichte auf der einen Seite und dieser Kapitalflucht. Also Banken müssen nicht unbedingt Einlagen haben, aber auf Dauer würde eine normale, eine Bankenaufsicht, in keinem Land der Welt würde auf Dauer einer Bank eine Lizenz überlassen, die keine Einlagen mehr hat. Das ist eben dann in unserer Vorstellung keine Bank mehr. Ich glaube, waren das Ihre Fragen? Ich glaube, ich habe eine vergessen am Anfang. Ja, letztendlich, wie hoch Sie den Geldschöpfungsgewinn, den die privaten Kreditinstitute machen, in Deutschland einschätzen würden? Ja, das weiß ich, kann ich jetzt nicht beantworten. Da ist sie ja ganz, ganz enorm, wahrscheinlich jenseits unserer Vorstellung. Aber vieles von den Gewinnen, was die die Banken machen, die sind ja sehr hoch, kommt sich ja daher. Und auch über die Staatsfinanzierung, also über Geschäfte, die im Grunde relativ risikolos sind. Dazu kommen dann eben diese Casino-Geschäfte, die sie auch noch machen. Das muss man in der Tat sehr genau anschauen, sehr viel genauer anschauen. Ich würde da eine Enquete-Kommission im Bundestag beantragen oder sonst wo, die sich mit diesen Fragen sehr intensiv auseinandersetzt. Wie hoch die Gewinne sind, kann ich jetzt nicht im Einzelnen sagen. Da war noch die Frage, wenn ich dir mal kurz zur Hilfe eilen darf, Frank, ob ein 100-Prozent-Reservesystem gleich ein Vollgeldsystem ist. So, ja, das kommt ungefähr hin. Ja, das kann man sagen. Wenn es eine strikte 100-prozentige Mindestreserve gibt, dann ist das sicher kein großer Unterschied zum Vollgeldsystem. Sie haben eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, dass Sie eigentlich für dauerhaft stabile und niedrige Zinsen sind. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass bei zu niedrigen Zinsen wiederum Fehlallokationen geschehen, also dass das fördernd für eine Immobilienblase ist und dass vielleicht auch das Geld, diese niedrigen Zinsen dazu genutzt werden, zu spekulieren? Ja, genau aus letztem Grunde, vor allem die Immobilienblasen sind schwer im Einzelnen zu verhindern. Wenn man vernünftige Geldpolitik macht, will ich gerne zugestehen, das System tendiert dann immer dazu, Immobilienblasen zu produzieren, die aber an sich nicht so problematisch sind. Wir haben in Deutschland in der Vergangenheit auch immer wieder alle fünf, sechs Jahre eine Immobilienblase gehabt. Gut, die platzt dann und dann ist es nicht so dramatisch, wenn nicht auf der Basis dieser Blase dann ungeheure große, geleveragete, also gehebelte Geschäfte gemacht werden, die ungeheure Risiken beinhalten, wie das in den USA der Fall war. Aber den zweiten Teil, da haben Sie vollkommen recht, man muss natürlich verhindern, dass Banken mit diesem billigen Geld dann noch mehr Gewinne machen, dadurch, dass sie spekulieren und solche Blasen aufblasen. Deswegen bin ich ja für eine strikte Trennung der Banken, die das Privileg der Notenbankfinanzierung haben, von denen, die in den Casinos spekulieren. Und außerdem würde ich auch die Aktivitäten der Casinos dramatisch beschneiden, also auch Hedgefonds und andere Institutionen, die keine Zentralbankfinanzierung haben, richten großen Schaden an, weil es offenbar so viele reiche Leute in der Welt gibt, die nicht wissen, wohin mit dem Geld und deswegen es zu den Hedgefonds tragen, die damit massive volkswirtschaftliche Schäden zum Teil anrichten. Noch eine Nachfrage, heißt das konkret, dass selbst wenn man jetzt sowas wie ein Trennbankensystem hat und nur die praktisch gesellschaftlich relevanten Geldflussverwaltungen Notenbein finanziert sind und praktisch alles andere Banking, dass das spekulative Banking viel stärker Eigenkapital basiert sein muss, dass das immer noch nicht die Probleme der massiven Spekulation lösen würde? Genauso sehe ich das, zum Beispiel dieses, was wir am Anfang besprochen haben, diesen Carry Trade mit Währungen, wie im Falle Japan, Brasilien, der würde dadurch nicht verschwinden, dass man ein Trennbankensystem einführt, den muss man einfach auf anderen Wege beseitigen. Der richtet unglaubliche Schäden an der zerstörte Moment, die brasilianische verarbeitende Industrie, woran niemand ein Interesse haben kann. Und deswegen muss man da sowieso ran. Man muss auch an die Rohstoffspekulation ran. Man kann die Rohstoffspekulation nicht einfach laufen lassen, weil diese Systeme tendieren dazu, dass sie dadurch, dass sie Blasen schaffen, dass sie sich selbst die Gewinne verschaffen, die sie erwarten. Man schafft sozusagen durch das Herdenverhalten an diesen Märkten, verschafft man sich die Gewinne, die man selbst erwartet. Und das ist für die Gesellschaft extrem schädlich. Also wenn wir jetzt alle heute Abend bestimmte Aktie kaufen oder morgen früh, schaffen wir es, einen Gewinn zu schaffen, der aus nichts besteht, der eigentlich gar kein Gewinn ist, den wir dann aber feiern und mit dem wir uns tolle Sachen kaufen. Aber irgendwo ist dann entsprechender Schaden angerichtet, entweder direkt bei denen, die von fallenden Aktienkursen betroffen sind oder bei denen, die hinterher durch eine Fehlallokation völlig daneben liegen, weil sie falsche Signale sozusagen bekommen haben vom Aktienmarkt für betriebswirtschaftliches Verhalten zum Beispiel. Würden Sie die Geschäfte, die Sie eben benannt haben, diese gefährlichen Geschäfte denn verbieten oder haben Sie da andere Möglichkeiten, die einzudämmen? Also Währungsgeschäfte kann man nicht ganz verbieten. Währungsgeschäfte muss es in gewissem Maße ergeben, damit Länder miteinander Handel treiben können. Aber die kann man eben durch einen Vorschlag, den wir gemacht haben, hier in UNCTAD, über das Währungssystem, über einen Ausgleich der Zins- und Inflationsdifferenzen durch Wechselkursänderungen. Das kann man auch sehr schnell machen im Tagesbereich oder monatlich oder schnittlich, wie immer mit Computer heutzutage. Den kann man völlig trockenlegen. Man kann auch einiges Handel trockenlegen durch eine Finanztransaktionssteuer. High Frequency Trade kann man sicher durch eine Finanztransaktionssteuer zum Erliegen bringen. Und nirgendwo ist dann Schaden angerichtet, sondern dann ist Nutzen geschaffen sozusagen. Im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute immer noch glauben, ist dann kein Schaden angerichtet, sondern der Schaden ist dann abgewendet von der Volkswirtschaft. Andere Geschäfte kann man auch vollständig verbieten. Wenn man verbietet, dass Leute mit Papieren über Rohstoffe handeln, passiert in der Welt nichts Negatives, sondern nur etwas Gutes, weil man dann wieder dazu kommt, dass die Preise von Angebot und Nachfrage gebildet werden und nicht, wie wir das im Moment haben, von Finanzspekulationen. Also es ist eine große Illusion zu glauben, dass viele wichtige Rohstoffpreise von Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Auch der Ölpreis überhaupt nicht, sondern es ist heutzutage ein reiner Finanzpreis geworden. Tja, danke Hilma. Nächste Frage geht an Rudi, der noch keine Frage gestellt hat. Ja, Herr Flassbeck, mir geht es noch einmal ganz kurz um die Vollgeldgeschichte. Sie sagten ja, Vollgeld wäre so ungefähr wie 100% Reserve. Ich nehme an, oder Sie kennen sicherlich die Vollgeldreform nach Professor Huber. Für mich persönlich ist dort ein sehr wichtiger Punkt die Ausgliederung des Giralgeldes aus den Bankbilanzen. Also, dass wenn eine Bank dann mal insolvent gehen sollte, dass dann das Giralgeld der Kunden der Bank davon nicht betroffen ist. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich kann das jetzt nicht alles im Einzelnen. Ich will auch nicht mehr anmaßen, das jetzt im Einzelnen zu beurteilen. Wie gesagt, Giralgeld kann man auch auf anderen Wege schützen. Ist ja auch üblicherweise geschützt durch Feuerwehrfonds oder gesetzliche Absicherungen, staatliche Absicherungen. Das halte ich nicht für ein zentrales Problem. Ich halte für das zentrale Problem aller Vollgeldideen die Frage des Zinses. Soweit ich das sehe, vielleicht ist das Mangel der Literaturkenntnis, will ich nicht ausschließen. Aber soweit ich das sehe, wird diese Frage nicht behandelt. Und wenn man sich nicht mit dieser Frage auseinandersetzt, dann ist für mich das eine sehr illusionäre Idee. Wie gesagt, ich nannte es Supermonetarismus, dass man also die Geldmenge quasi auf den Cent genau vorgeben kann und dann die Geschichte läuft. Dann läuft gar nichts. Ein kapitalistisches System, man mag es lieben oder nicht. Eine Marktwirtschaft braucht eine ungeheure Flexibilität bei der Verwendung von Geld für vernünftige Dinge natürlich. Nicht für Casinoaktivitäten, die schließen wir mal aus. Aber auch selbst, wenn man keine Casinoaktivitäten hat, so wie das in den 50er und 60er Jahren doch weitgehend gegeben war, weltweit, dann braucht man immer noch eine große Flexibilität im System. Dann braucht man niedrige und stabile Zinsen. Niedrige und stabile Zinsen sind extrem wichtig für Investitionen. Wie gesagt, manchmal führen sie auch zu Fehlinvestitionen, im Immobilienbereich besonders. Aber wir brauchen dennoch, wir brauchen, wie man sagt, akkommodierende Geldpolitik, also Geldpolitik, die die Anregung schafft für Investitionen. Investitionen in Sachanlagen ist das Einzige, was unsere Lebensbedingungen weltweit, aber auch national verbessert. Und die kann man am besten fördern über stabile Währungsbedingungen und niedrige Zinsen. Und dann muss man noch dafür sorgen, dass die Erträge aus den Investitionen vernünftig verteilt werden, nämlich wenigstens gleich verteilt werden an Arbeit und Kapital. Dann hat man ein System geschaffen, das funktionieren kann und in dem man dann auch übrigens umsteuern kann, wenn man ökologisch umsteuern will oder anders umsteuern will, kann man das auch tun. Die Richtung, die die Investitionstätigkeit nimmt, ist ja nicht vorgegeben. Und dann muss man auch nicht sich abgeben mit der Wachstumsfrage oder man muss die Wachstumsfrage da nicht so stark problematisieren, wie es viele tun, sondern man kann dann sagen, Wachstum kann auch Wachstum von ökologischer oder vernünftiger Produktion sein, kann Produktion von Dienstleistungen, was auch immer sein, die nicht die gleichen ökologischen Folgen haben wie normales Wachstum in der Industrie. Ja, vielen Dank. Nächste Frage geht an Nikolai. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Eurozone und Staatsverschuldung und Staatspapiere darin. Und zwar haben Sie ja geschildert, wie das so ablief, wie aus der Finanzkrise eine Schuldenkrise wurde, weil Anleger neu beurteilt haben, was sie eigentlich für Papiere besitzen und sich dann quasi umgeschichtet haben und die Zinsen sich entsprechend gespreizt haben. Jetzt haben Sie gesagt, was wir eigentlich brauchen für die jetzige Situation, ist eine Angleichung der Löhne und Inflation. Das verstehe ich vollkommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft denken, wird es womöglich wieder zu Situationen kommen, in denen Anleger sich anschauen, was halten sie eigentlich für Staatsschuldenpapiere und huch, sollten wir da nicht vielleicht wieder umschichten. Jetzt ist die Frage, wie denken Sie, sollte man am besten damit umgehen? Also sollte man dann jedes Mal die EZB spontan eingreifen lassen und einfach die Zinsen gleich halten lassen? Also sollte es eine grundsätzliche Regel sein, dass die Zinsen aller Euro-Staaten gleich sein sollten oder sollte es so sein? Man kann ja sicherlich auch andere Dinge sich überlegen, wie dass ein Großteil der Staatsschulden irgendwie über Zentrale, also so in Richtung Euro-Bonds oder wie auch immer oder was hier angesprochen wurde, über direkte Finanzierung laufen. Was ist denn da so Ihre Traumvorstellung? Naja, in einer Währungsunion muss man, glaube ich, auf Dauer einheitliche Zinsen haben. Insofern war der Beginn der Währungsunion auch völlig vernünftig, weil es eben kein Währungsrisiko gab, weil niemand ein Währungsrisiko gesehen hat. Erst nach der Finanzkrise wurde dann das Währungsrisiko gesehen, ein mögliches Währungsrisiko gesehen, aber in einer Währungsunion muss im Grunde die Voraussetzung gleicher Zinsen auf Dauer gegeben sein und deswegen, ich sagte es vorhin schon, muss man kombinieren, den Ausgleich der Wettbewerbsfähigkeit, die Herstellung wieder normaler Wettbewerbsbedingungen zwischen den Ländern, muss man kombinieren mit dem Ausgleich der Zinsen und dann, wenn möglich, wenn nötig, wenn nötig, muss man sagen, auch mit Gewalt, also mit der EZB, die dafür sorgt, die einfach durch massive Aufkäufe die Zinsen gleich macht. Das kann sie durchaus tun. Das ist gar nicht so schwierig. Insofern, aber die Voraussetzung dafür ist immer, dass man die Bedingungen wieder auf normal stellt, auf null stellt, sozusagen in Sachen Wettbewerbsfähigkeit. Ohne das kann es niemals funktionieren. Es kann auch der gesamte Bankenbetrieb nicht funktionieren, wenn auf Dauer die unterschiedlichen Zinsen so groß sind, weil Banken immer, für Banken sind Staatsschuldpapiere nun mal das entscheidende Aktivum, an dem sie alle ihre Geschäftsbeziehungen ausrichten und das kann in einer Währungsunion nur dann funktionieren, wenn die Zinsen gleich hoch sind und wenn die Risiken relativ gleich verteilt sind. Also Währungsunion ist eben ein besonderes Biest, sozusagen, ist eine besondere Konstruktion und da muss man sich an die Grundregeln, dieser Währungsunion halten. Man muss sie ja nicht wollen, dann muss man eben aussteigen. Aber wenn man aussteigt, muss man wissen, dass man dann seine Wettbewerbsfähigkeit, sozusagen, über Nacht verliert. Wenn Deutschland jetzt aussteigen würde, würde seine neue Währung sofort extrem aufwerten und alle Exportanteile wären über Nacht weg. Wenn man das nicht will, muss man dafür sorgen, dass die anderen Exportanteile wieder gewinnen. Handel kann immer nur geben und nehmen sein. Es gibt keine Einbahnstraße des Handels, weil die dazu führt, dass einer sich extrem verschuldet und auf Dauer eben nicht mehr glaubwürdig ist mit seiner Verschuldung und dann treten diese Probleme auf. Die berechtigt sind, dass sie auftreten. Ob dann die Dimensionen stimmen, wie gesagt, ob die Zinsdifferenzen jetzt berechtigt sind, kann niemand sagen. Aber dass in der Richtung etwas fundamental schiefgelaufen ist, das sieht man an den Zinsen und das muss bereinigt werden. Ohne das kann die Währungsunion nicht funktionieren. Wäre es also fair zu sagen, dass die sozusagen die Hauptherausforderung eigentlich ist, Mechanismen auf europäischer Ebene zu schaffen, jetzt politische Mechanismen, die dann auch dafür sorgen, dass, was Sie so sagen, mit Angleichung der Wettbewerbsfähigkeit sowohl eben auf deutscher Seite als auch auf anderer Seite, dass das dann wirklich durchgesetzt wird? Das ist absolut richtig. Diesen Mechanismus gibt es sogar. Der heißt makroökonomischer Dialog. Es gibt, den habe ich persönlich als Staatssekretär im Finanzministerium noch durchgesetzt, sozusagen. Der ist dann auch von einem Europäischen Rat bestätigt worden. Der trifft sich jedes halbe Jahr, gibt es einen makroökonomischen Dialog. Das war genau die Idee damals von 1999, dafür zu sorgen, dass die Lohnentwicklung sich angleicht. Das wurde aber von allen Beteiligten, Europäische Kommission, Zentralbank, von allen ignoriert und total missverstanden. Und sie haben einfach gedacht, das läuft alles von alleine und wenn die Inflationsrate insgesamt zwei Prozent ist, ist alles in Ordnung. Dann ist eben nichts in Ordnung. Und das müssen wir beginnen zu begreifen, sonst müssen wir die Währungsunion aufgeben. Und dann muss man solche Institutionen in der Tat haben, die dafür sorgt, dass auch die Gewerkschaften, dort sollten ja die Gewerkschaften am Tisch sitzen, also Gewerkschaften, Arbeitgeber, Zentralbank und Europäische Kommission und nationale Regierungen, dass die miteinander reden und sehen, dass es eine Angleichung gibt. Aber man kann dann eben nicht, in einer Währungsunion kann man eben nicht, wie Deutschland das gemacht hat, sagen, wir machen jetzt mal Lohnpolitik, so wie wir uns das denken, um aus welchen Gründen, vielleicht aus guten Gründen, um Arbeitslosigkeit zu beseitigen, was übrigens nicht funktioniert hat in Deutschland, sondern nur gegenüber den Nachbarn sozusagen. Aber wir machen jetzt mal irgendeine Lohnpolitik und scheren uns einen Dreck um die Währungsunion. Das geht eben nicht, sondern man muss dann schon wirklich sich strikt an die Regeln halten und die Regeln in der Währungsunion, einer Währungsunion mit einem Inflationsziel von zwei Prozent, ist ganz einfach, die heißt, ich muss meine Löhne, meine Löhne müssen jedes Jahr um zwei Prozent nominal, also nur mit zwei Prozent über meiner Produktivität steigen und das heißt, die Reallöhne müssen wie die Produktivität steigen. Das mögen viele Ökonomen nicht, weil sie sagen, die Reallöhne müssen weniger als die Produktivität steigen, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, was ich auch für falsch halte, aber wenn man eine Währungsunion macht, muss man sich an solche Regeln halten, sonst geht eben eine Währungsunion nicht. So, die nächste Frage geht an Bene. Ja, grüß Gott. Wie ich das herausgehört habe von Ihnen, Herr Plassbeck, sind Sie durchaus der Überzeugung, dass beispielsweise der Ölmarkt in den letzten zehn Jahren Spekuläts- und Liquiditätsgetrieben ist. Jetzt habe ich aber letztens wieder auf Ökonomstimme von einem Professor aus Harvard, war es glaube ich, einen Blogbeitrag gelesen, der auch für das die jetzige Mainstream-Ökonomie, dass alle Studien und Expertisen darauf hinweisen, dass das dem nicht so sei. Was würden Sie diesen Professoren entgegensetzen, beziehungsweise diesen Studien? Ja, wir haben unsere eigene Studie gemacht, die zu dem Ergebnis kommt, dass es einen extrem starken Einfluss der Finanzialisierung auf die Rohstoffpreise gibt. Wir haben eine neue Studie, die Mitarbeiter, der hier neben mir sitzt, mitgemacht hat über High-Frequency-Trade, wo wir auch das gleiche Ergebnis haben. Wir finden nämlich heraus, dass wir über viele Finanzmärkte hinweg extrem hohe Korrelationen von Preisen oder Erträgen von sogenannten Investments haben und das lässt unseres Erachtens überhaupt keinen anderen Schluss zu, als dass die Finanzialisierung auch die Preise bestimmt. Wenn der Ölpreis über Monate, über Jahre dem Standard & Poor's 500 folgt, sklavisch folgt oder auf genau die gleichen Zacken aufweist wie der Standard & Poor's 500, dann ist entweder der Ölpreis falsch oder der Standard & Poor's 500 ist fundamental falsch. Aber da wir das auch zum Beispiel gegenüber Währungen finden, wir können nun auch Caritate-Währungen nehmen, einen Index von Caritate-Währungen von der UBS oder wir können einzelne Caritate-Währungen wie brasilianischen Real wieder nehmen oder andere und dann finden wir den gleichen Zusammenhang. Da finden wir, dass auch die extrem hoch korreliert sind. Da wir wissen, dass der brasilianische Real zum Beispiel falsch bewertet ist, könnten wir daraus schließen, dass auch die anderen Preise, die dem brasilianischen Real folgen oder mit ihm hoch korreliert sind, falsch sind. Also die Evidenz ist so eindeutig, ich weiß nicht, wir setzen uns mit allem auseinander, wenn es irgendwo andere Meinungen gibt, aber ich habe noch keine überzeugende andere gesehen, dass das vielen Ökonomen überhaupt nicht in den Kram passt und dass das ihr Weltbild nicht passt. Das kann ich verstehen und kann ich nachvollziehen, weil damit sozusagen die heiligste aller Kühe geschlachtet wird, nämlich dass Finanzmärkte am Ende oder dass Märkte überhaupt richtige Preise hervorbringen, in diesem Fall auf jeden Fall einen Rohstoffmarkt den richtigen Preis hervorbringen. Das stimmt nur leider in der finanzialisierten Welt nicht mehr. Und selbst die Ökonomen, die sagen, ja Finanzmärkte sind manchmal eben nicht effizient, die würden dann immer noch nicht den Schritt machen, sagen, aber dann Rohstoffmärkte sind auch nicht effizient wegen der Finanzmärkte. Das ist dann nochmal ein großer Schritt. Wir arbeiten daran sozusagen, dass das mehr Leute begreifen. Es gibt schon eine ganze Masse. Wir haben durch unsere Studie initiiert eine Resolution in der Generalversammlung der UNO in New York gehabt, die das bestätigt hat, oder jedenfalls unsere Arbeit bestätigt hat. Also die Diskussion geht weiter und wir werden da weiter kämpfen an dieser Front. Ja, vielen Dank, Herr Flassbeck. Weil Sie ja heute bei uns sind, stellt sich hier natürlich die Frage, wie wir von diesen ganzen Studien von Ihnen auch etwas profitieren können. Sind die frei zugänglich alle? Können Sie uns die zur Verfügung stellen? Also diese Studien, die ich jetzt erwähne, kann man alle downloaden von unserer Homepage hier, ungtat.org. Die sind frei zugänglich und wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, kann man sich an uns wenden. Also da gibt es keine Restriktionen. Okay, da werde ich mich mit dem David Bichert wieder nochmal in Verbindung setzen. Vielen Dank. Nächste Frage geht an Thomas Gebetz. Ja, guten Tag, Herr Professor Flassbeck. Ich habe zwei kleine Minifragen. Die erste, halten Sie denn vor dem Hintergrund der von Ihnen ja selbst angesprochenen Probleme die Einführung des Euro für eine Fehlentscheidung, beziehungsweise hielten Sie selbst es damals für eine Fehlentscheidung? Und zweite Minifrage, sind Sie der Meinung, dass es tatsächlich jetzt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ja der Euro nicht, wie es ursprünglich mal geplant gewesen ist, als politischer Integrator wirkt, sondern ganz offensichtlich bereits seine Rolle als Spaltpilz gespielt hat, insbesondere im Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland, aber auch bereits im Verhältnis zwischen Deutschland und Spanien, dass vor diesem Hintergrund es jetzt noch echte Alternativen gibt zum Austritt jedenfalls mancher südeuropäischer Länder. Vielen Dank. Ja, zur ersten Frage, ich war ein Anhänger des Euro aus ökonomischen Gründen. Viele sagen ja, es gab nur politische Gründe für den Euro, das halte ich für falsch. Ich will jetzt nicht vielleicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich habe das in vielen Aufsätzen und Büchern beschrieben. Der entscheidende Punkt ist, dass man eine gemeinsame Geldpolitik braucht, wenn man ein System schon ein System fester Wechselkurse hat und die Länder untereinander fester Wechselkurse sagen wollen. Auch dann ist es falsch, wenn man die Geldpolitik eines Landes sozusagen zur Norm für alle anderen macht, wie das in Bretton Woods war, wie das im europäischen Währungssystem war. Insofern hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ist der Euro ein großer Sprung in die richtige Richtung gewesen. Dass es so fundamental schiefläuft, hätte ich nicht erwartet. Zur zweiten Frage, ja, was sind die Alternativen? Wie kann es weitergehen? Also, wenn wir das Problem jetzt nicht bald anpacken, wird es meines Erachtens irgendwann zu einem Auseinanderbrechen in einem Big Bang kommen und ich sehe dann keine wirklichen Alternativen, also kein neues europäisches Währungssystem oder sowas, weil wenn der Vertrauensverlust einmal so groß ist, wird man wieder vielleicht auf flexible Wechselkurse zurückfallen oder so etwas. Aber wie gesagt, das hatten wir vorhin schon besprochen, flexible Wechselkurse funktionieren überhaupt nicht, weil da die Märkte massiv spekulieren immer wieder gegen und für Währungen und gegen Regierungen. Man sieht hier in der Schweiz, wir sitzen hier in der Schweiz, wie die Schweizer Nationalbank vor einiger Zeit mit Gewalt eingreifen musste, um eine extreme Aufwertung des Schweizer Frankens zu verhindern. Also flexible Wechselkurse funktionieren überhaupt nicht. Deswegen ist es extrem naiv von vielen meinen Ökonomenkollegen, die sagen, ja, der Euro war schon immer ein Fehler und hätte man die Wechselkurse flexibel gelassen, wäre alles in Ordnung gewesen. Das ist völliger Blödsinn in meinen Augen. Da wäre nichts in Ordnung gewesen. Insofern war der Euro schon ein Schritt in die richtige Richtung. Er wurde nur unheimlich schlecht gemanagt und ich sagte schon, unheimlich viele wichtige Institutionen haben einfach geschlafen. Die Bundesbank hat geschlafen, die EZB hat geschlafen, die Brüsseler Kommission, die haben alle geschlafen und haben überhaupt nicht begriffen, was das Wichtige ist. Sie haben alle sich wie die Irren fokussiert auf Staatsdefizite, die eigentlich nur ein Randproblem sind, aber nicht das Eigentliche. Ja, vielen Dank, Herr Flassbeck. Aber das führt mich jetzt ganz kurz, weil schon viel Zeit vergangen ist, zu diesem Themenkreis ESM, der auch die Diskussionen hier in der Piratenpartei, auch in den drei AGs doch sehr stark uns beschäftigt. Ich habe selbst letzte Woche das Bundestagsfernsehen mir angeschaut, vier Stunden im Haushaltsausschuss, der öffentlich getagt hat, ging es um den ESM und den Fiskalpakt. Wir sehen da riesige Probleme, also dieses Gouverneursrates auf uns zukommen, was eigentlich Demokratierechte, die auf nationaler Ebene gewachsen sind, so stark aushöhlt, dass man eigentlich ein ganz schlechtes Gefühl dabei bekommt, wenn man diesem ESM zustimmen müsste. Sehen Sie da ein Problem beim ESM? Ja, natürlich. Ich sehe das Demokratieproblem, ich sehe das Autonomieproblem, das immer noch vorhandene, die Einschränkung der immer noch bis jetzt vorhandenen Haushaltsautonomie der einzelnen Länder. Und das Schlimme daran ist, dass es alles noch zu einem Zweck ist, der gar nicht der Sache dient. Es ist ja immer noch diese ganze Fiskalpakt, den ESM und alle die Rettungsschirme sind ja eine rein fiskalische Betrachtungsweise, die eigentlich, wie wir von Anfang an schon diskutiert haben, vollkommen unangemessen ist. Und wenn man diese Position vertritt, wie ich, dass das eine unangemessene Betrachtungsweise ist, umso fragwürdiger wird ist dann natürlich, dass man eine solche Institution mit solchen Eingriffsrechten ausstattet. Insofern kann ich nur sagen, da muss man dagegen sein. Aber man muss auch gegen den Fiskalpakt als solchen sein, weil er einfach eine verrückte Konsolidierungsstrategie von vielen Ländern verlangt, die überhaupt nicht umzusetzen ist. Wir werden in Kürze sehen, dass es nicht umzusetzen ist. Diese Kürzungsorgien, die da vorgesehen sind, sind vollkommen unsinnig und bringen ja nicht mal das Ergebnis. Darüber haben wir noch nicht geredet, aber die restriktive Fiskalpolitik bringt ja nicht mal das von ihr erwartete Ergebnis. Warum? Weil der Staat eben ein viel zu großer Akteur ist, als dass er sich wie eine schwäbische Hausfrau verhalten könnte und einfach mal sparen könnte. Wenn der Staat spart, sinkt das Gesamtergebnis der Volkswirtschaft und das Ergebnis, das Endergebnis ist dann, dass der Staat auch nicht seine Defizite senkt, sondern wahrscheinlich höhere Defizite hat. Selbst wenn man diese einfache Erkenntnis würde man sich wünschen, dass das endlich mal gesehen und verstanden wird. Aber selbst das ist ja bis jetzt nicht durch die, ich sag mal, Berliner Käseglocke durchgetrunken. Ja, man muss doch Angst haben, dass wieder die Mehrzahl oder diese vier Parteien jetzt wieder für den ESM abstimmen werden, wie sie bisher die gesamte Euro-Rettung geschlossen gemeinsam abgestimmt haben. Ja, da spricht ja alles dafür, weil sie sich nicht von dieser Fiskalvorstellung lösen können. Solange sie sich davon nicht lösen können, werden sie am Ende sagen müssen, jawohl, wir müssen das alles machen, weil nur dann die Währungsunion funktioniert, was meines Erachtens vollkommen falsch ist. Wenn sie nicht die andere Variante fahren und sagen, gut, Staatsschulden müssen wir auch reduzieren, das mag man ja für richtig halten und halte ich auch für richtig, aber dann, wenn es möglich ist. Man kann Staatsschulden nur dann reduzieren, wenn die Privaten Geld ausgeben, aber man können nicht alle in einer Volkswirtschaft sparen. Das kann eben nicht gehen. Das, wie ich vorhin erklärt habe, geht nur, wenn dann das Ausland Geld ausgibt. Nur Europa kann nicht darauf hoffen, dass die Amerikaner weiter Defizite machen und auch nicht China und sonst wer. Insofern muss man das gesamte wirtschaftspolitische Konzept vom Kopf auf die Füße stellen, weil es einfach falsch ist. Ein Konzept, bei dem alle versuchen zu sparen, kann niemals funktionieren. Es ist ein Verstoß gegen die Regel, dass das, was für die Gesamtheit gilt, noch lange nicht für den Einzelnen. Umgekehrt gilt, was für den Einzelnen gilt, gilt nicht für die Gesamtheit. Englisch sagt man Fallacy of Composition. Also es gibt, man kann nicht vom Einzelnen auf das Ganze schließen, aber dieser Fehler wird tagtäglich quer durch alle Medien, quer durch fast alle politischen Parteien in Deutschland massiv gemacht und deswegen gibt es keine ernsthafte Diskussion all dieser Fragen. Herr Flassbeck, es ist auch der Generalsekretär der Piratenpartei, der Neugewählte unter unseren Zuhörern. Deswegen die Frage von mir an Sie, was würden Sie der Piratenpartei, unserem Bundesvorstand empfehlen oder der ganzen Partei, wie sie sich hier positionieren soll. Soll es aufklärerisch hauptsächlich wirken, also ohne dass wir in Gefahr stehen, dann als Gegner des Euro oder Gegner der Europäischen Union dazustehen in der ESM-Frage. Was würden Sie uns denn da empfehlen? Naja, ich glaube, es ist aus meiner Antwort herausgeklungen, es gibt keine Position, die man jetzt in eine einzelne Frage wie dem ESM übernimmt, also keine vernünftige Position, die nicht abgesichert ist durch eine breitere Diagnose der Lage. Man braucht eine klare, einfache, logische Diagnose der Situation. Man muss daraus Schlussfolgerungen ziehen für die Therapie. Und wenn man die Schlussfolgerungen für die Therapie gezogen hat, dann muss man sehen, ob einzelne Bausteine in diese Therapie hineinpassen oder nicht. Das ist eine normale menschliche Vorgehensweise. Und ich glaube, das müssen alle Parteien machen. Und gerade eine neue Partei wie die Piraten müssen das ganz besonders machen. Und das Ganze muss ja dann auch noch eingebettet werden. Also eine europäische Überlegung oder Strategie muss eingebettet werden in ein wirtschaftspolitisches Konzept. Wie ich das vorhin sagte, ein nationales wirtschaftspolitisches Konzept, aber auch ein internationales, ein globales wirtschaftspolitisches Konzept. Im Grunde nur dann, wenn man diese drei Bausteine hat, also global, national und europäisch, dann kann man eine konsistente Position vertreten. Und um das mal so zu sagen, Konsistenz ist das einzige, was am Ende zählt. Weil nur wenn sie eine logische Position haben, sie eine vernünftige Position haben. Jedenfalls nach menschlichen Maßstäben. Und wir haben ja noch keine anderen als menschliche, oder? Das ist wohl wahr. Kosmik, ich möchte jetzt wieder in dich gehen. Ich glaube, wir haben keine Frage mehr am Saalmikrofon im Augenblick, sodass wir in der Frage, in dem Fragenkatalog weiter fordern gehen. Genau. Ich würde gerne die Frage 4 ABC, würde ich gerne überspringen, weil wir, glaube ich, das thematisch jetzt schon recht oft hatten. Und würde gerne Imperators am Saalmikrofon bitten, um seine Fragen zu stellen. Die erste Frage haben Sie gleich auch schon ein bisschen mitbeantwortet. Meine Frage war, wie kann der Staat seine Schulden reduzieren, ohne der Wirtschaft zu schaden? Naja, das kann er nur dadurch, dass er zuerst mal für eine florierende Wirtschaft sorgt. Der Staat kann seine Schulden nur reduzieren, wenn die Privaten Geld ausgeben. Aufgrund dieses Sparausgaben-Dilemmas, das ich vorhin versucht habe zu schildern, muss man immer eine Gruppe der Volkswirtschaft mindestens haben, die dafür sorgt, dass die Sparwünsche der anderen Gruppen aufgehen können. Es kann nicht sein, dass alle sparen. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen muss der Staat sich einordnen sozusagen. Und wenn Sie nur mal die deutsche Diskussion verfolgen, die ist absolut lächerlich einseitig. Man spricht immer über das staatliche Sparen völlig losgelöst von allem anderen. Das geht aber genau nicht. Auch das war auch der größte grobe Fehler der Schuldenbremse und des jetzigen Fiskalpaks, dass man das alles tut, ohne dass man glaubt, man müsse auch nur einen Blick auf die Gesamtspar- und Ausgabeverhalten der Volkswirtschaft lenken. Das kann niemals funktionieren. Der Staat muss sich einordnen. Der muss schauen, was die anderen machen. Und er ist der einzige intelligente sozusagen Akteur, also der Akteur, der ein gesamtwirtschaftliches Verständnis hat. Und er muss dieses gesamtwirtschaftliche Verständnis, eben seine wirtschaftspolitische Konzeption nutzen, um an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt auch vor allem zu sparen. Und das ist eben eine extrem herausfordernde, aber wichtige politische Aufgabe, der sich auch keine Partei entziehen kann. Sollte denn die Piratenpartei auf die Idee kommen, die Umverteilung entgegenzuwirken, was würden Sie bevorzugen? Eine Vermögensteuer, eine Erbschaftssteuer, eine Anhebung des Spitzensteuersatzes oder eventuell eine Kombination aus all diesen? Das kann man alles machen. Ich würde aber zunächst mal, weil es auch der Anfang der Geschichte ist, bei der Primärverteilung ansetzen, also bei der Verteilung der Einkommen aus dem Marktergebnis sozusagen an der Lohnentwicklung. Und wenn man die nicht auf die Reihe kriegt, und das gilt für mich inklusive eines Mindestlohnes, ich bin absolut dafür, dass ein Mindestlohn eingeführt wird. Wenn man das nicht auf die Reihe kriegt, diese Primärverteilung, dann tut sich der Staat schwer, die Sekundärverteilung, sagen wir, so stark zu ändern, dass ein vernünftiges Gesamtergebnis rauskommt. Die Menschen müssen auch nicht nur aus sozialen oder nicht mal in erster Linie, sondern aus ökonomischen Gründen müssen die Menschen partizipieren am Gesamtergebnis aller. Wir arbeiten alle in Teams und einem großen Team sozusagen zusammen und alle müssen am Gesamtergebnis partizipieren. Was heißt, die Produktivitätssteigerung ist sozusagen das Ergebnis, an dem alle teilhaben müssen und das haben wir 15 Jahre in Deutschland nicht gehabt. Und deswegen wäre für mich das Zentrale, dass man an der Primärverteilung arbeitet, da Einfluss nimmt, politisch Einfluss nimmt und sagt, die muss wieder in Ordnung kommen. Nicht nur aus europäischen Gründen, da sowieso, aber auch aus nationalen Gründen, aus Gründen der nationalen Balance. Wir haben in Deutschland eine Binnenwirtschaft, die seit zehn Jahren am Boden liegt. Das ist eine absolute Katastrophe und das zeigt, dass diese ganze Lohnkürzungsorgien Hartz IV und so weiter überhaupt nicht gewirkt haben. Die haben nur in dem Sinne gewirkt, dass wir Arbeitslosigkeit exportiert haben zu unseren europäischen Nachbarn vor allem. Das ist kein Konzept. Nach der Primärverteilung kann man sich dann der Sekundärverteilung widmen und da wäre ich in der Tat, bin ich der Meinung, dass Vermögensteuer sofort wieder eingeführt gehört, weil die Abschaffung hat ja nichts gebracht. Man hat ja erhofft, es gibt mehr Investitionen, es gibt eine Stabilisierung der Investitionen, nichts dergleichen ist eingetreten. Man muss auch wieder meines Erachtens normale Gewinnkörperschaftsteuer einführen. Auch das hat nichts gebracht. Alle diese Senkungsorgien der Vergangenheit sind im Sande verlaufen und ich sage, dass es schon das Gesamtargument dafür ist, dass wir inzwischen eine Situation haben, wo die deutschen Unternehmen so viel Geld verdienen, dass sie nicht mehr wissen, wohin damit. Sie machen Überschüsse, sie deutschen Unternehmen sparen, was eine vollkommen untypische Situation für eine Marktwirtschaft ist und deswegen muss man ihnen Geld wegnehmen, qua Staat und qua Lohnempfänger und dafür sorgen, dass übersteigende Nachfrage dann die Unternehmen wieder Gewinnerwartungen haben, aber nicht die Taschen voller Gewinne haben, sodass sie gar nicht investieren. Da ist etwas fundamental schief gelaufen die letzten 20 Jahre und das ist im Großteil der anderen Parteien überhaupt nicht verstanden. Ja, vielen Dank, Piratus. Vielen Dank, Herr Flassbeck. Lassen Sie mich ganz kurz zu dem Punkt kommen, der Wirtschaftswissenschaften. Sehen Sie da aufgrund dieser ganzen Entwicklung in den letzten drei, vier Jahren Veränderungen, die substanziell sind und die Sie hoffnungsfroh stimmen? Naja, es gibt schon einige Ansätze. Es gibt schon international vor allem, gibt es schon eine breite Diskussion. Deutschland hinkt ja leider weit hinterher. Der gesamte deutschsprachige Raum, soll ich sagen, auch die Deutschschweiz und die Österreich hinken hinterher, während es im angelsächsischen Raum durchaus eine vernünftige und offene Diskussion, also mehr Diskussion gibt. Aber von einer Situation, wo sozusagen kritisches, heterodoxes Denken gleichberechtigt wäre, sind wir unendlich weit entfernt, auch international. Insofern ist in der Tat für mich eine ganz zentrale Aufgabe der Parteien und der Politik vor allem in Deutschland dafür zu sorgen, dass an den Universitäten heterodox, also mit unterschiedlichen Richtungen gelehrt wird. Es gibt in Deutschland Universitäten mit zwölf volkswirtschaftlichen Lehrstühlen, wo alle Mainstream sind, wo alle zwölf Professoren Mainstream sind. Das ist für mich einer der größten Skandale überhaupt in Sachen Bildungspolitik. Und die armen Studenten haben überhaupt keine Wahl, mal etwas anderes zu hören. Also ich habe da Sachen erlebt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also da liegt in der Tat eine ungeheure Aufgabe. Es gibt eben mindestens zwei große Richtungen. Es gibt zwei große Richtungen in der Volkswirtschaftslehre und die müssen beide möglichst gleichberechtigt vertreten sein, sonst kriegt man ein völlig irres Weltbild gezüchtet. Herr Flassbeck, ich würde gerne auch noch eine Zwischenfrage stellen hinsichtlich der Primärverteilung. Was halten Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen in dieser Hinsicht? Ui, noch eine schwierige Frage. Ich halte davon nicht sehr viel, weil ich ja eben an der Primärverteilung ansetzen will und bedingungsloses Grundeinkommen ist nun extreme Sekundärverteilung sozusagen, also eine Verteilung jenseits von der Arbeitsteilung in extremem Maße. Ich könnte mir es leicht machen und sagen, es gibt einfach auch keine vernünftige Finanzierungsmöglichkeit. Die gibt es auch nicht nach allem, was ich weiß. Ich bin auch gerade dabei, mit einigen anderen zusammen ein Buch darüber zu schreiben, über das Grundeinkommen, über die Umverteilung im Generellen, aber auch unter anderem Grundeinkommen. Aber nein, ich bin da sehr skeptisch. Ich sehe nicht, wie man es machen könnte, dass es ohne extreme Neu-Umverteilung zustande kommen würde. Denn wir müssen ja sehen, selbst wenn ich einen einmaligen Sprung in das Grundeinkommen hinein machen würde, sagen wir mit 70, 80 Prozent Mehrwertsteuer oder mit einer extrem hohen Einkommensteuer, dann würden sofort die politischen Prozesse wieder anfangen, um diese Steuerlast zu reduzieren. Und es würde genauso laufen, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist in Deutschland, nämlich die Steuer würde reduziert. Die staatlichen Defizite dürfen auch nicht steigen. Und dann geht es immer zulasten derer, die in irgendeiner Weise abhängig sind vom Staat, sprich Hartz-IV-Besitzer oder so. Also es ist in meinen Augen ein neues, riesiges Umverteilungsprogramm. Sicher keine befriedende Antwort, aber vielleicht kann man das ja wann anders mal diskutieren. Ja, es ist sogar der Wermutstropfen in der ganzen heutigen Veranstaltung. Werden wir eigentlich in allen anderen Themen weitestgehend also sehr hoffnungsfroh auf das geblickt haben, was Sie gesagt haben, ist das schon ein großer Wermutstropfen, weil das ist ja ein Programmbestandteil der Piratenpartei seit dem Offenbacher Bundesparteitag. Und in der Partei werden eigentlich sehr viele Hoffnungen damit verbunden, dass man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen jenseits von den ökonomischen Prozessen also auch einen empathischen Sprung in der Bewusstseinswertung auch realisieren kann. Also dass ein Leben einfach selbstbestimmter realisiert werden kann und so weiter. Und insofern hoffe ich einfach, dass Ihre Aussagen, die Sie gerade ausgedrückt haben, doch nicht so wirkungsmächtig sind und wir da größere Spielräume haben. Aber ich möchte es jetzt auch nicht weiter vertiefen. Was Sie eben gesagt haben zum Thema Primärverteilung, also dass die Unternehmen sehr, sehr große Gewinne machen und gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld und dass sie mehr davon dem Arbeitnehmer und dem Staat zurückgeben sollten. Sie sprachen auch die Körperschaftssteuer an. Führt mich zu der Frage, ist sowas denn im nationalen Alleingang machbar bei den Flexibilitäten, die wir heute weltweit haben? Oder auf welcher kleinsten Ebene kann denn so etwas wirken, ohne dass die Staaten gegeneinander ausgespielt werden? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist in der Tat, ich glaube schon, dass man da auch national große Spielräume hat. Es gibt ja jetzt auch Gegenbewegungen. Selbst in England wurde die Steuer für Unternehmen deutlich erhöht, auch für Banken. Also es gibt schon riesige Möglichkeiten. So schnell wandern große Unternehmen nicht ab. Die drohen dann zwar vielleicht damit, aber bevor Daimler nach China geht, überlegen Sie sich das schon dreimal. Also da hat man schon enorme Möglichkeiten. Was fehlt, sehen Sie in der ganzen Diskussion? Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Ich hoffe, es ist doch ein bisschen. Was in der ganzen Diskussion, nicht in unserer heutigen, sondern in der öffentlichen Diskussion fehlt, ist überhaupt gesamtwirtschaftliches Gedankengut. Dass man solche Fragen einfach problematisiert, dass man sich fragt, wie kann ein deutsches Geschäftsmodell oder ein Wirtschaftsmodell aussehen, ein wirtschaftspolitisches Modell aussehen, wenn die deutschen Unternehmen so in Gewinnen schwimmen. Diese Frage muss man doch gesellschaftlich beantworten. Und diese Frage wird aber gar nicht gestellt. Sie wird ignoriert. Es gibt sie nicht in der Öffentlichkeit. Warum? Weil natürlich die interessierten Kreise das gar nicht diskutieren wollen. Sie wollen es nicht wahrhaben. Und die großen Medien diskutieren es auch nicht. Da finde ich gerade eine neue, junge Partei muss sich die Freiheit nehmen, solche Fragen ernsthaft und intensiv zu diskutieren, um neue Lösungsansätze zu entwickeln. Wie die dann am Ende aussehen, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, internationale Übereinkunft ist natürlich besser. Man kann das auch in Europa durchsetzen. Auch eine deutsche Regierung, die so viel in Europa durchsetzen kann, das auch in Europa durchsetzen. Dann wäre es überhaupt kein Problem. USA werden übrigens auch die, wird sehr ernsthaft diskutiert, die Steuern zu erhöhen. Und sie haben sie, glaube ich, schon ein bisschen erhöht. Also da gibt es ja jetzt auch global eine Änderung. Und man muss aber an diese Frage einfach ran. Man kann diese Frage nicht beiseite schieben. Darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen? Weil wir gerade jetzt davon gesprochen haben, was ist national möglich? Sie haben eben die Finanztransaktionssteuer angesprochen. Nun ist Kapital nun etwas flüchtiger als ein Produktionssitz. Was ist denn aus Ihrer Sicht die unterste Ebene für eine Einführung der Finanztransaktionssteuer? Europa, Euro? Wenn man das national machen würde, man würde eine Transaktionssteuer einführen, dann würden vielleicht einige High-Frequency-Trader, aber die sind sowieso nicht in Deutschland, würden dann abwandern. Na gut, dann lass sie wandern. Das ist ja auch völlig in Ordnung. An dieser Arbeitsplätze braucht Deutschland bestimmt nicht. Und wenn man sie national einführt, ich mache jetzt mal diesen Extremfall, dass man sie wirklich national einführt. Wir hatten auch schon mal eine Börsenumsatzsteuer. Da gibt es weniger Umsatz an den Börsen. Da geht die Welt überhaupt nicht von unter. Dann machen die Banken vielleicht ein bisschen weniger Gewinn. Auch davon geht die Welt nicht unter. Wenn sie alle nach London gehen, dann muss man den Banken einfach sagen, ja gut, alle nach London. Aber London rettet euch dann auch alle. Wenn es dann kracht, werdet ihr alle von London gerettet. Das ist ganz einfach. Und dann werden die Banken sich das dreimal überlegen, ob sie dann von London alle gerettet werden können. Oder auf den Cayman Islands. Das ist noch besser. Wenn sie alle auf die Cayman Islands sind, die sind sowieso pleite. Dann können sie sich von den Cayman Islands retten lassen. Dankeschön. Da hätte ich gleich noch eine Frage. Könnte man vielleicht nicht sagen, dass die Transaktionssteuer nicht vom Land, wo die Transaktion stattfindet, sondern wer die Transaktion durchführt. Das heißt, wo immer ein deutsches Unternehmen oder ein Deutscher handelt, fällt die Transaktionssteuer an. Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil was ist dann ein Deutscher und nicht dann ein ausländisches Unternehmen, bei dem man deutscher arbeitet. Ist das dann ein deutsches oder nicht? Oder hat das einem Deutschen gehört? Das schafft sich ja sehr viel schwierige Fragen. Aber nehmen wir den einfachen Fall. Amerikaner werden auch im Ausland besteuert mit ihrer heimischen Einkommenssteuer. Das ist auch ein schöner Fall. Der zeigt, was man alles machen kann. Also ich will nicht sagen, dass es ganz einfach wäre, aber ich würde schon im Inland bleiben. Deutschland ist ja groß und Deutschland ist wichtig und auch die Transaktionen im Inland sind wichtig und die Transaktionen vom Inland ins Ausland sind wichtig. Da kann man sehr vieles erfassen. Das muss man auch diskutieren. Ich sage nicht, dass ich jetzt eine fertige Lösung für hätte, aber auch das müsste man viel ernsthafter diskutieren, als es bisher geschieht. Ich hätte noch mal eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht oder vielleicht so ein bisschen in die Richtung Primärverteilung. Sie hatten vorher einmal einen Ansatz kritisiert, wie man Arbeitsplätze schaffen kann. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, wie ist denn so Ihre Wunschvorstellung? Wie sorgt man dafür, dass es in Richtung Vollbeschäftigung geht? Und zweitens, was mich dazu ganz brennend interessieren würde, ist, es gibt ja aus der Ecke der Modern Monetary Theory diesen Vorschlag der Jobgarantie, also eines Employment Buffers nennen die das. Was halten Sie denn davon? Wie schätzen Sie das ein? Zum Letzten kann ich jetzt viel sagen, weil ich nicht genau weiß, wie diese Vorschläge aussehen. Aber generell bin ich schon der Meinung, natürlich sollte man Vollbeschäftigung anstreben. Es gibt kein, sagen wir mal so, ein Wunderrezept, wie man das ganz schnell erreichen kann. Das dauert sicherlich viele Jahre. Aber man sieht zum Beispiel jetzt, dass das, was in Deutschland passiert ist, ist ja schon ein Abbau der Arbeitslosigkeit jenseits aller statistischen Tricks, die da angewendet werden, will ich jetzt gar nicht diskutieren. Aber es gibt natürlich schon eine Zunahme der Beschäftigung in Deutschland. Kann man gar nicht bestreiten. Nur es ist alles zulasten des Auslands gelaufen. Das ist natürlich die falsche Art und Weise gewesen, wie es jetzt passiert ist. Aber es gibt Möglichkeiten, die, ich habe ein Buch dazu geschrieben, das heißt das Ende der Massenarbeitslosigkeit, wo das alles im Detail aufgeführt wird. Was man braucht, ist Investitionstätigkeit. Aber Investitionen in Sachanlagen, in intelligente Produkte, in intelligente Verfahren, in neue Verfahren, vielleicht auch ökologische Verfahren, alles das kann man machen. Und dann braucht man einen Prozess von sieben, acht, neun Jahren eines vernünftigen Aufschwungs, nicht übertrieben, nicht blasengetrieben, aber eines vernünftigen Aufschwungs mit Einkommenssteigerung der Menschen. Und dann kann man schon sich vor Beschäftigung annähern. Und das halte ich weiterhin für absoluter Strebenswert, absolut notwendig, weil selbst wenn Deutschland jetzt im Moment erfolgreich war, wenn wir Europa insgesamt angucken, ist es eine Katastrophe. Was da passiert in Sachen Arbeitslosigkeit, ist schlicht katastrophal. Und das können wir nicht ausblenden, wenn in Spanien die Arbeitslosigkeit 20 Prozent ist und in Europa insgesamt 10, dann zeigt es, dass wir eigentlich 20, 30 Jahre lang hier wirtschaftspolitisch in ungeheuerlicher Weise versagt haben. Dann kommt der Sunrise dran, bitte. Ich bedanke mich erstmal für die Möglichkeit, jetzt auch die Fragen zu stellen. Ich würde die Fragen gerne so verstanden wissen, Sie haben ja einige Punkte schon angesprochen gehabt, wiefern wir jetzt ganz konkret Empfehlungen aufstellen können, die jetzt durchgeführt werden sollten. Wir sind ja am Anfang sehr konkret gewesen im Euro-Bereich, sind dann abgewiesen letztendlich auf die Geldpolitik letztendlich. Deswegen fange ich mal gern mit den Punkten einmal an, die ich hier aufgeführt habe. Möglicherweise sehen Sie die auch, Herr Professor Frassberg, aber wenn die schon beantwortet wurden, dann reduzieren wir das einfach nur auf die Nennung der einzelnen Punkte, ohne eine größte Breite zu haben. Also ganz konkret, welche Hebel sehen Sie, außerglichen Handelsbilanzen der Euro-Staaten untereinander, insbesondere von Deutschland gegenüber den Euro-Staaten, kurzfristig zu erreichen? Und als Ergänzung, wie können die negativen Wirtschafts- und Beschäftigungseffekte zum langfristigen Ausgleich der Handelsbilanzüberschüssen von Deutschland zur Euro-Zone abgefedert werden? Ja, das entscheidende Instrument ist die Lohnentwicklung. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Das kann man dann noch durch etwas expansivere Finanzpolitik, also ein bisschen mehr Anregungen im Inneren noch abfedern oder schneller machen. Es geht aber nicht schnell, es geht nicht kurzfristig, nicht kurzfristig, sondern es geht dann und man sollte es dann auch strecken über, ich sagte ja, fünf bis zehn oder 15 Jahre sogar, was kein Problem ist, was auch international, glaube ich, kein Problem ist, weil es dann eine klare Strategie gäbe, aber die Strategie gibt es ja bis heute nicht. Wenn man das macht, dann kriegt man einen Doppel-Effekt. Man kriegt einerseits den Effekt, dass der Exportmarkt ganz langsam, extrem langsam sich verringert für Deutschland. Also die Marktanteile werden dann immer noch lange steigen und erst ganz spät nach zehn Jahren oder so werden dann die Marktanteile mal zurückgehen in Deutschland. Also es ist ein extrem langer Prozess, weil wir zehn Jahre verschlafen haben sozusagen. Aber wenn man das tut, wird es gleichzeitig eine Anregung der Binnennachfrage geben und das ist vielleicht sogar kurzfristig der wichtigere Effekt, dass die anderen Länder eine Chance haben zu importieren und über diese Importe dann auch ein Ausgleich eintritt. Also es geht nur langfristig. Der entscheidende Hebel sind die Löhne und vielleicht ein bisschen flankierende Finanzpolitik. Ich würde dann gerne zur vierten Frage runterspringen. Wie letztendlich geht es dort um die EU als Institution unter der Maßgabe, dass wir immer noch letztendlich an Europa anstreben. Welche nationalen Hoheitsrechte, ich sage jetzt in dem Bereich der Besteuerung der Arbeitsrechte und so weiter, sollten mit einer Übergangszeit natürlich an das EU-Mit übertragen werden? Und welche EU-Institutionen bedürfen hierzu grundlegende Reformen und welcher Art? Naja, ich will mal zwei nennen. Es gibt sicher mehr, aber ich will mal zwei Dinge nennen, wiederum für mich die wichtigsten. Die wichtigste ist, ich sagte schon, die Europäische Zentralbank muss sich ändern im Sinne von einer Ausweitung ihrer Ziele auf Beschäftigung, also nicht nur Inflation, sondern Beschäftigung und Inflation. Und zweitens muss man einen Steuerungsmechanismus für die Lohnentwicklung haben. Das ist absolut unabdingbar. Ich hatte auch da schon gesagt, es gab schon Ansätze. Es gibt Ansätze dazu, diesen makroökonomischen Dialog. Aber es gibt jetzt einen weiteren Ansatz. Es gibt diesen Ansatz des Six-Pack in Brüssel, den man in diesem Sinne anwenden könnte, den aber Deutschland schon in seiner Anfangsphase desavouiert hat, sozusagen, weil es dafür gesorgt hat, dass die Länder ungleich behandelt werden. Die Instrumente sind alle da. Man muss sie nur anwenden wollen. Wenn man sie anwenden würde, könnte man auch relativ bald jedenfalls etwas erreichen im Sinne von Signalen. Was wir jetzt sehen, sind, dass einige Leistungslandsdefizite zurückgehen, aber nur deswegen, weil die Länder in extremer Rezession sind und deswegen nichts mehr importieren. Das ist überhaupt keine Lösung des Problems, sondern es geht langfristig nur über die Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit. Und lassen Sie mir eine letzte Frage, und zwar, welche Ziele sollte die IZB neben der oder anstelle der aktuellen Geldwertstabilität verfolgen? Punkte genannt. Ich würde Sie gerne hier nochmal zusammengefasst verstanden sehen. Ja, Beschäftigung. Das Wichtigste ist Beschäftigung. Man kann jetzt auch Wachstum und Beschäftigung sagen, das ist nicht entscheidend. Aber wichtig ist, dass es nicht ein einziges Ziel gibt. Ein einziges Ziel, Inflation zu erreichen, ist für eine Zentralbank furchtbar einfach, wenn sie keine Rücksicht auf irgendwas anderes zu nehmen hat. Die Kunst sozusagen von Zentralbankpolitik ist, die Dinge zusammenzusehen und zu einer vernünftigen Kombination der Instrumente zu kommen. Das war in Deutschland nicht der Fall. Bei der Deutschen Bundesbank über 20 Jahre. Und das war bei der Europäischen Zentralbank jetzt auch nicht der Fall die letzten zehn Jahre. Das ist in meinen Augen ein ganz schwerwiegender Fehler der gesamten Konstruktion, den man ändern muss. Vielen Dank, Herr Flassbeck. Nächste Frage an Brigitte. Okay, hallo, Herr Flassbeck. Und zwar habe ich folgende Idee, welche meines Erachtens zur besseren Verteilung der erwirtschaftenden Gelder, Reduzierung der Arbeitslosigkeit, Abbau der Sozialkosten und Stärkung der Inlandsnachfrage führen könnte. Und zwar handelt es sich darum, dass man eine prozentual einheitliche Besteuerung von circa 20 bis 25 Prozent auf die Arbeitnehmerentgelte, Abschreibung und sämtliche Gewinne legt und dafür die Umsatzsteuer und die derzeitige Besteuerung der Arbeitnehmer und Unternehmen streicht. Ja, ich weiß nicht genau, ob das rechnerisch hinkommt, ob man dann das gleiche Steueraufkommen hat. Das kann man diskutieren. Das ist durchaus ein Vorschlag, der diskutierenswert ist. Ob das optimal ist, weiß ich nicht. Waage ich im Moment ein bisschen zu bezweifeln. Aber der Punkt ist immer noch oder der zentrale Punkt ist dann, wollen wir an der Sekundärverteilung etwas ändern? Also soll der Staat die Verteilung, wie sie sich aus dem Markt ergibt, nochmal korrigieren? Und da bin ich immer noch der Meinung, dass er dazu Spielräume hat und dass er das auch tun sollte, sowohl über Vermögensteuer, Erbschaftssteuer als auch über eine progressive Steuer. Denn das ist in meinen Augen absolut verträglich mit der Marktwirtschaft, sogar gut für die Marktwirtschaft. Und weil Söhne und Töchter, die nichts anderes tun, als Erben zu verwalten, sind meistens nicht besonders glückliche Menschen. Und denen sollte man auch die Möglichkeit geben, wie ein amerikanischer Millionär das ausgedrückt hat, ihre erste Million selbst zu verdienen. Dann die nächste Frage an Nikolai. Ja, ich habe eine Frage noch. Wir haben viel darüber geredet, dass man die Banken aus der Staatsfinanzierung herausnimmt, um funktionslose Gewinne, wie sie das ausgedrückt haben, zu eliminieren und stattdessen im Zweifelsfall die Staaten direkt über die EZB finanziert. Ich denke, das ist sicher eine gute Idee. Meine persönliche Erfahrung ist nur, dass immer, wenn man sowas vorschlägt, dass dann Inflationsfobiker aus ihren Löchern gekrochen kommen und beklagen, dass sich Regierungen dann hemmungslos selbst bedienen würden und so eine Inflation auslösen würden. Und was denken Sie, wie man mit solchen Reaktionen am besten umgehen sollte? Ja, das haben Sie vollkommen recht. Man muss einfach fragen, warum sollten Politiker, die wiedergewählt werden wollen, in einem inflationsphobischen Land sofort Inflation auslösen wollen, also in einem Land wie Deutschland. Dafür spricht nichts. Es spricht übrigens auch nichts für die andere beliebte These, dass die Politiker immer Schulden machen, auf Teufel komm raus, wenn sie nur irgendwie die Möglichkeit haben. Das stimmt auch so nicht. Also da gibt es eine Masse von Vorurteilen und diese Inflation ist einfach ein Vorurteil. Es spricht nichts dafür, dass wenn das Geld, die Europäische Zentralbank stellt ja immer Geld zur Verfügung. Jede Zentralbank stellt immer Geld zur Verfügung. Die drucken immer Geld. Wo sie das Geld in den Kreislauf sozusagen hineingeben, ist vollkommen egal. Wenn sie nicht mehr über ihre Zinssteuerung nicht dafür sorgen, nicht dem System erlauben, sozusagen davon zu galoppieren und in eine Inflation zu laufen, kann der Staat überhaupt keine Inflation erzeugen. Das ist gar nicht ganz schwer. Japan versucht seit 20 Jahren Inflation zu machen, aus der Deflation rauszukommen. Es gelingt ihnen nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben alles versucht. Riesige Defizite, die höchsten Schulden der Welt und Geldmengen, Expansionen bis zum Geld nicht mehr. Und trotzdem sind sie immer noch in der Deflation und haben keine Inflation zustande gekriegt. Also es ist ziemlich naiv zu glauben, dass da die Inflation so hinter dem Busch herausspringt. Herr Flassbeck, es ist so, Ihre Standpunkte kenne ich, weil ich habe mir schon mehrere Mal angehört zu diesem Thema Griechenland und so. Aber ich möchte jetzt etwas anderes, was auch weiter ist. Es ist so, ich möchte Sie jetzt so als einen Kensianer ansprechen. Ich nehme an, Sie sind es, Sie waren es, Sie bleiben es, nehme ich so an. Ich bin auch ein überzeugter Kensianer und ich habe mir am Anfang des Jahres etwas vorgenommen zu tun, was bei den Piraten möglich ist, nämlich eine AG zu gründen. Es gibt etwa ein halbes Dutzend von AGs, die sich mit den ökonomischen Themen beschäftigen. Der Name dieser AG ist Marktwirtschaft Neundenken. Ja, man kann schon ahnen, es geht um Paradigmenwechsel. Und zwar, das meine ich wirklich in einem echten Sinne des Wortes, wie man das schon von Kuhn und so anderen kennt. Und der Stand, der Schwerpunkt dieser AG sollte so etwa heißen, Nachfrage theoretischer Grundlagenforschung. Und ich sage jetzt ein bisschen schmunzeln, weil Sie wissen schon, worum es geht. Ich sage einfach so, wir müssen über Keynes hinaus. Das sage ich trotzdem, auch wenn ich Kensianer bin. Und zwar, ich denke es in dem folgenden Sinne. Die Piraten mögen es so mit den Versionen bezeichnen. Ich bezeichne jetzt auch das, was ich sage mit drei Versionen. Es geht um die Kreislauftheorie. Und wie wir wissen, das ist das erste theoretische Modell, das die Ökonomie authentisch hatte, noch bevor sogar die Physik ihrer Hydraulik und Elektrodennen und so weiter hatten. Die erste Version war Kenney bekanntlich. Er hat eine stationäre Wirtschaft analysiert. Marx hat dann auf ein wachsendes Modell umgewandelt. Aber diese erste Version, die war nicht nur die Zahl, man hat hin und her geschoben. Das hatte einen Sinn, aber so genau war das nicht. Die zweite Version, das war dann die mathematische von Strafa, Garegnani, Joanne Robinson, Leontiev und so. Ich erinnere, ich erwähne jetzt nur die Cambridge gegen Cambridge Kontroverse. Nach meiner Auffassung, nach dieser Kontroverse, musste man die ganze neoklassische marginalistische Theorie in die Tonne treten. Gut, ist nicht so geschehen. Die dritte Version, das ist etwas, was ich mathematisch geschaffen habe. Ich gehe, dort mache, da füge ich zu den technischen Koeffizienten, distributive Koeffizienten. Und das ist ein Modell, das mikroökonomisch fundiert ist und wo man nachweisen kann, dass der Nachfragemangel auch durch Zustände kommen kann. Ja, das klingt ein bisschen verrückt und so. Aber jetzt komme ich zur Frage, weil ich will das nicht so wegen der Zeit nicht ausführen. Diese AG funktioniert jetzt seit einigen Wochen so. Ich weiß nicht, ich mache alles, damit sie weiter funktioniert. Und weil sie auch Gensianer sind, ich frage mich die Frage, ob ich mich vielleicht an sie wenden kann, vielleicht ihre Homepage, ihre E-Mail, so. So in dem Sinne. Das war eigentlich die Frage. Ist nicht ganz bestimmt, aber vielleicht wissen Sie, was ich damit vermitteln kann. Zur Erklärung, Herr Flassbeck, bevor Sie antworten. Der Systemfrager hat in vielen Fragen eine Minderheitenmeinung gehabt und eine Mehrheit hat sich teilweise in eine andere Richtung bewegt. Und er versucht hier vielleicht, mit ihnen in Kontakt aufzunehmen. Deswegen dieses Ausholen, was er eben gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt kurz darauf antworten können, wollen und das bloß als Hintergrund. Ja, bin ich ganz sicher, was ich darauf antworten sollte. Es gibt viele Ausformungen von Keynesianismus. Wir sind auch kurz vor acht. Deswegen will ich jetzt nicht mehr so lange reden, weil wir auch zu Ende kommen müssen. Und Sie wollten ja noch die Frage über die Piraten stellen. Also Sie können mich gerne mal ansprechen. Schicken Sie mir eine E-Mail, so weit ich Zeit habe, was immer schwierig ist. Aber so weit ich Zeit habe, will ich mich auch gerne mal auseinandersetzen. Wenn Sie mir ein Papier schicken über diesen neuen Ansatz, schaue ich es auch gerne an. Also meine Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, sieht man ja an dieser zweistündigen Diskussion jetzt. Vielen Dank. Ja, gut, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. So, ja, zwei Stunden sind um. Genau auf die Minute, Herr Flassbeck. Am Anfang hatte ich Ihnen eine Frage stellen wollen, die haben wir dann zurückgestellt. Was Sie denn über diesen Aufstieg oder die Entwicklung der Piratenpartei in den letzten zwölf Monaten denken? Gerade auch jetzt vor dem Hintergrund der gerade erlebten Diskussion mit uns. Ja, will ich noch kurz darauf antworten. Gut, ich bin, glaube ich, überrascht wie viele andere auch, dass die Piraten so schnell und so konsequent und so offenbar auch nachhaltig aufgestiegen sind und überall acht, neun, zehn Prozent erzielen. Das ist schon mehr als erstaunlich. Ich fand diese Diskussion jetzt sehr gut. Ich hoffe, dass solche Diskussionen sehr intensiv geführt werden. Ich halte das für absolut notwendig. Immer noch leiden einige Parteien in Deutschland, die kein wirtschaftspolitisches Konzept haben. Ich glaube, dass man ohne wirtschaftspolitisches Konzept nicht wirklich mitreden kann und nicht wirklich Vorschläge machen kann. Man muss, ich hatte es ja vorhin erläutert, auf allen Ebenen, global, national, regional, europäisch, muss man sich ein Konzept entwickeln. Das muss man diskutieren. Und ich freue mich, dass es eine Offenheit gibt dieser Diskussion. Und die Fragen waren alle sehr gut, waren sehr fundiert. Und man sieht, wie viele Leute es gibt, die man noch nicht kennt, die sich über solche Fragen sehr ernsthafte und sehr vernünftige Gedanken machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Flassbeck. Ich habe das ja mit Ihnen hier eingeleitet und innerhalb von kürzester Zeit haben wir das realisieren können. Und ja, noch an die anderen beiden Moderatoren, die sich bestimmt auch verabschieden wollen. Ja, Herr Flassbeck, auch von mir ein herzliches Dankeschön und ich hoffe sehr, dass wir Sie doch auch mal wieder hier sehen können. Das wäre super. Danke. Dem kann ich mich nur anschließen und auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, auch nochmal von meiner Seite vielen Dank. Gerne. Wenn es die Zeit erlaubt, wenn ich nochmal zwei Stunden habe, dann mache ich das gerne wieder. Tschüss und schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.